Welche Geheimprojekte liegen gerade eigentlich bei uns in der Schublade? Was ist unser magischer Trick, wie wir alles unter den Hut bekommen? Und wie viele komische Becher hat eigentlich Thomas in seiner Sammlung? Das waren alles verrückte Fragen und da haben wir noch einige mehr, auf die wir heute eingehen werden. Einen wunderschönen guten Abend bei Better Board Games. Christoph und Thomas sind wieder am Start für euch und wir machen unser erstes Ask Us Anything oder kurz Aua. Ich hoffe, die Fragen tun nicht so viel weh, aber vielen, vielen Dank an euch. Ihr habt uns unter dem letzten Video so viele Kommentare geschickt, es waren über 200, knapp 100 Fragen. Ich habe ein paar Sachen auch zusammengefasst, weil manches ging in die gleiche Richtung. Und ich würde sagen, wie sagst du immer so schön, reiten wir los, denn das sind einige Fragen, die wir zu beantworten haben. Und ich glaube, das Erste, was ganz, ganz vielen Leuten unter den Nägeln brennt, wie habt ihr eigentlich zusammengefunden? Was ist so die Entstehungsgeschichte des Kanals? Wie kam ich dazu? Vielleicht magst du da erstmal ein bisschen was zu der Grundhistorie erzählen. Ja, Grundhistorie. Also ich glaube, die wesentliche Frage war, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Ich hatte den Kanal alleine gestartet, 2018 November. Ich hatte einfach Bock drauf, hatte Bock auf Brettspiele, hatte gerade das Thema Videografie für mich entdeckt und hatte Lust, was zu machen. Und dachte ich, ach komm, ist doch ein naheliegendes Thema. YouTube fand ich spannend, einfach mal losgelegt. Und Thomas kam dazu, zum einen hattest du Lust auf Spiel des Monats. Ich hatte dich ja auf Instagram mal angeschrieben, weil ich dich da gesehen hatte, warst einer der größten Instagram-Kanäle. Hast du eigentlich Lust zu? Hattest du Lust zu? Hast da immer regelmäßig mitgemacht? Und wir hatten uns dann auf der BerlinCon, glaube ich, das erste Mal getroffen, in Essen getroffen, viel gequatscht. Hatten uns da gut verstanden. Dann hatte ich mal gefragt, ob du Lust hättest, grundsätzlich mal so ein paar Videos mitzumachen. Hatts ein paar Videos alleine gemacht. Dann haben wir, glaube ich, gemerkt, dass wir da ähnlich ticken. Und hab dich dann mal gefragt, ob du Lust hättest, da Fulltime, sag ich mal, mit einzusteigen als Partner für den Kanal. Und hat bis jetzt gut funktioniert. Oh ja, würde ich auch sagen. Also ich hab mich ja ein bisschen geziert. Also es hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, von dem Punkt, wo wir zum ersten Mal drüber gesprochen haben, auf einer dieser Messen, bis dann das erste gemeinsame Video. Weil ich weiß auch noch, wir haben über die Spiel-des-Jahres-Sachen, haben wir gemutmaßt, mit dem Flo gemeinsam. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, also mir war schon klar, wie aufwendig Videodrehen ist. Und ob ich das wirklich in meinen Alltag auch integrieren kann. Aber das hat eben halt so viel Spaß gemacht. Und die Chemie zwischen uns beiden hat einfach so gut funktioniert, dass das dann irgendwie ein Selbstläufer war, relativ schnell. Ja, kam mir auch bei den Leuten gut an. Der eine andere schrieb, seitdem der Neue da ist, bin ich weg. Aber es haben sich dreimal so viele neue Leute gefunden. Also es gibt genug Leute, die dich liebend gerne schauen. Deswegen war das absolut ein Gewinn. Und ich glaube, der Mix macht's. Also ich finde es gut, dass wir nicht ähnlich ticken und auch nicht den ähnlichen Geschmack haben. Oder den deckungsgleichen Geschmack. Das macht, glaube ich, die Sache noch spannender. Ja, glaube ich auch. Und die drei Leute, die gegangen sind, die holen wir auch wieder zurück im Laufe der Zeit. Hier vielleicht die nächste Frage, das passt gerade so gut dazu. Thomas, wie kamst du auf so einen Bekloppten, dass da schon wieder geil ist, Titel Play That Funky Board Game? Also so heißt mein Instagram-Kanal, den ich ja seit einem Jahr wirklich sträflich vernachlässige, muss ich sagen. Irgendwie das ganze Instagram-Game macht mir aktuell irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Und das ist total simpel. Ich habe mir damals überlegt, das ist ja auch schon fünf Jahre her. Ich würde gerne irgendwie Content machen, aber Video ist mir zu aufwendig. Machst du noch einen Instagram-Kanal? Und dann habe ich natürlich einen Namen gesucht. Und es lief gerade tatsächlich im Wohnzimmer Play That Funky Music. Und ich habe so von mich hingesungen. Also sowas mache ich ja ab und zu mal. Play That Funky Board Game. Und dachte mir, super, das ist doch geil. Genau so nenne ich mich. Fand es auch dann ganz clever und lustig. Im Nachhinein muss ich sagen, ist jetzt irgendwie marketingtechnisch nicht so der geile Kanal irgendwie, was halt auch extrem lang ist und so. Aber so ergeben sich die Sachen halt. Also es war einfach so aus der Laune heraus relativ spontan entschieden worden. Better Board Games war übrigens auch meine erste Idee. Ich hatte ungefähr 20, 30 Namen für einen Kanal auf dem Zettel. Ich glaube, Better Board Games war die erste Idee und die ist dann schlussendlich auch geblieben. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Thema. Die holen wir auch noch zurück, die Leute, die gegangen sind. Es ist völlig fein, wenn uns Leute nicht gucken. Und das ist auch total cool. Uns muss nicht jeder mögen. Ich gucke auch nicht alles. Und jeder kann sich das auch so raussuchen, worauf er Bock hat. Dafür ist das einfach da. Wir machen es aus Spaß und jeder, der Spaß daran hat, soll uns gucken. Wer nicht, guckt einfach was anderes. Das ist doch völlig cool. Ja. Bist du bereit für ein paar persönliche Fragen? Ja, raus damit. Welches Spiel würde euren Beruf am besten beschreiben? Ja, bei dir ist es einfach. Bei mir ist es schwierig. Also ich werfe jetzt mal Rush MD, also Hospital Rush ins Rennen. Was ich finde thematisch wirklich, wie die Faust aufs Auge passt. Also irgendwie dieser Krankenhausalltag. Und man hat so halbe Skills so als Anfänger und versucht sich irgendwie da durch zu manövrieren und muss mit der Zeitdruck arbeiten. Das kommt da wirklich sehr gut rüber. Ja. Oh, bei mir ist es mega schwierig. Ich habe lange überlegt. Ich habe gesagt, hoffentlich ist es nicht so wie Wasserkraft und hoffentlich ist es nicht so wie Blood Rage. Dann wäre ich, glaube ich, am falschen Arbeitsplatz. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was viele Mechaniken hat, weil wir sehr viele Disziplinen haben. Es muss ein sehr bekanntes Spiel sein und vielleicht auch was Kulinarisches, also für den guten Genuss. Und es muss auch schick aussehen. Das ist mir auch wichtig. Und vielleicht habt ihr jetzt Vorschläge. Also welches Spiel würde euch in den Sinn kommen, wenn ich das beschreibe? Ja, dann leite ich gleich mal zur nächsten Frage übrig. Die kam ja wirklich in verschiedensten Varianten. Aber damit die Leute überhaupt eine Grundlage haben, damit sie dir Tipps geben können. Was macht ihr eigentlich beruflich? Hier schreibt auch jemand, total süß. Ich habe mir irgendwie immer schon gedacht, ich habe mir Christoph immer als ITler vorgestellt und Thomas als Psychiatriepfleger. Das ist gar nicht so weit hergeholt, muss man sagen. Was machst du denn, Christoph, beruflich? Ja, ich bin definitiv in der IT verortet. Ich habe jahrelang Softwareentwicklung gemacht, die letzten 14 Jahre vielleicht ungefähr im App-Bereich. Also meine Spezialisierung ist App-Entwicklung, bin aber vor drei Jahren ins Produktmanagement gewechselt. Ich bin jemand, vielleicht merkt man das auch am Kanal, ich bin sehr breit. Also mich interessieren super viele Themen. Ich finde, Digitalisierung finde ich spannend, digitale Produkte, UX-Design, Entwicklung, alles in diesem Themenkomplex finde ich cool. Und deswegen bin ich immer jemand, der dann auch gerne mal rechts und links guckt und habe jetzt auch mal die Profession gewechselt. Ja, IT ist naheliegend. Ja, ich komme gar nicht aus der IT. Ich bin tatsächlich Arzt. Ich werde bald Hausarzt. Also ich mache gerade die Facharztausbildung Allgemeinmedizin. Habe vorher auch ein bisschen an der Uni in der Wissenschaft und Forschung und Lehre gearbeitet. Habe da auch übrigens Filme gedreht. Also von daher war ich jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, als wir hier zusammen Videos gemacht haben. Ja, also ich arbeite vor allem sehr gerne mit Menschen zusammen. Und da gab es zwei sehr interessante Folgenfragen, die ich jetzt gleich hiermit aufgreifen will. Das eine ist, Thomas, wie oft verschreibst du in einem Rezept zweimal die Woche Brettspielen? Ich habe tatsächlich schon mal darüber nachgedacht. Das Problem ist nur, das zahlt die Kasse halt nicht. Das wäre eine Privatleistung. Also von daher habe ich noch nicht gemacht. Und die Frage war auch, ob mich schon mal ein Patient erkannt hat. Es kam tatsächlich schon vor. Aber das war auch einfach kein Big Deal eigentlich, weil das kann dir ja quasi mit jedem Beruf und mit jedem Hobby so passieren, dass du in der Kletterhalle irgendwie jemanden triffst, den du aus einem anderen Kontext irgendwie kennst. Also das war alles immer ganz easy. Und ich habe tatsächlich auch mit Patienten auch schon über Brettspiele gesprochen in verschiedensten Kontexten, weil ich auch finde irgendwie, dass die ja auch in vielen Bereichen auch sehr hilfreich sein können. Aber es hat jeweiligen fast nie ein großes Problem. Ich habe keine Kunden, also keine öffentlichen. Deswegen erkennt mich da niemand, ist nur ein paar Mal auf der Straße passiert. Das war sehr witzig. Ja, ich hatte letztens eine interessante, also wir werden ja wirklich extremst selten außerhalb eines Brettspiel-Kontextes erkannt. Also das ist ja wirklich so diese Brettspiel-Bubble und sonst kennt einen ja niemanden. Aber ich hatte letztens was total Nettes an der Supermarktkasse. Da stand ich irgendwie und habe meine ganzen Waren, ging so übers Band und die Kassierer hat mich da unten auch so nett angelächelt und dachte mir, oh, die ist aber total freundlich und so weiter. Und dann habe ich alles so eingepackt und dann ich so, ja, also dann schönen Tag noch. Und dann sagt sie so, ja, schönen Tag und macht weiter so coole Videos. Und ich war aber schon so am rausgehen und dachte ich mir so, jetzt kannst du ja auch nicht zurückgehen und dein Gespräch anfangen mit den Leuten. Das fand ich mega nett. Hat dich jemand auch mal eine Vollbremsung auf der Straße gemacht? Ja, auch das kam auch schon vor. Ja, da war ich tatsächlich in der Arbeit, da war ich aber auf Hausbesuch unterwegs. Und dann hat jemand quasi, der mit dem Auto vorbeigefahren ist, eine Vollbremse eingelegt und ist rückwärts gefahren. Hat die das Fenster runtergekommen und hat geschrien, Thomas! Und ich so, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los? Und dann, ja, warte mal! Und dann hat er irgendwie geparkt und dann haben wir uns auch total nett unterhalten. Also, aber es kommt wirklich selten vor und es ist auch immer, finde ich, irgendwie total absurd. Also, ich rechne mit sowas halt eigentlich überhaupt gar nicht und finde das auch irgendwie, ich finde es total schön. Aber irgendwie ist es auch wirklich komisch. In Essen rechnet man noch damit irgendwie, aber so auf der Straße nicht. Ja, da war eben noch die Frage, wo wohnen wir eigentlich? Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass du aus München kommst und ich hier Bonner, also Köln-Bonner Region. Und wir eine große Distanz zueinander haben. Ich habe ehrlich gesagt früher gedacht, das funktioniert nicht, wenn man nicht irgendwo zusammen in der Nähe wohnt. Aber als wir das dann ausprobiert haben oder mal dieses erste Format hatten, zusammen Talkie über eine Distanz, habe ich dann gemerkt, okay, so schlimm ist das gar nicht. Also, es funktioniert da irgendwie dann doch, auch wenn man nicht zusammen in der Nähe wohnt. Ja, bei uns war es teilweise ja sogar dann auch andersrum ganz spannend, als wir dann zum ersten Mal wieder zusammen waren und gemeinsam Videos vor der Kamera gedreht haben, wo wir auch festgestellt haben irgendwie, dass wir unsere Größenverhältnisse gar nicht so sind, wie wir sie irgendwie auch digital abbilden. Da gibt es herrliche Videos. Ich habe die schönsten Brettspiele und Brettspiele mit Verrätermechanismus und so. Guckt euch die mal an. Also, das war legendär. Also, es gibt zwei Videos, die verlinken wir auf jeden Fall, die müsst ihr gesehen haben. Das sind eine der wenigen Raritäten, wo wir nebeneinander sitzen. Und wir haben gemerkt, das können wir gar nicht so gut, weil wir das einfach so gewohnt sind, den anderen ausreden zu lassen. Also, das hat natürlich auch einen Vorteil, weil, ja, man muss definitiv Pausen machen. Man kann den anderen nicht ins Wort fallen. Ihr kennt das ja selber, wenn da irgendwelche Zoom- oder Teams-Konferenzen sind. Ist ja grauenvoll. Ja. Wobei mittlerweile mit unseren ganzen Essen-Community-Treffen, wo wir dann quasi mit mehreren Leuten irgendwie ganze Woche lang irgendwie Videos drehen, haben wir ja jetzt schon auch wirklich viel zusammen gemacht. Wir bleiben aber jetzt mal ganz kurz noch irgendwie im Arbeitsbereich. Nämlich, pass auf, Christoph, verfolgen deine Arbeitskollegen den Kanal und bist du quasi der Brettspielbeauftragte bei euch in der Firma? Ja. Also, das Lustige ist, es gibt ja einige Kollegen, die haben mich kennengelernt als Brettspiel-Christoph. Und dann habe ich den Kanal gegründet. Sind auch teilweise, glaube ich, nicht mehr da. Ich glaube schon, dass mich einige Kollegen dort verfolgen. Auch Leute, die nicht Brettspiele spielen, weil die sie einfach nur witzig finden, was ich da mache. Andere weiß ich definitiv, die mich dort entdeckt haben. Zum Beispiel Flügelschlag-Regelvideo. Da haben mich Kollegen angesprochen, die nicht wussten, was ich mache. Haben dann zu Weihnachten Flügelschlag bekommen und haben mich dann hinterher angesprochen. Ach, wir haben dich gesehen hier. Hast du gut erklärt. Dankeschön. Ich bin definitiv der Brettspielbeauftragte. Ich hatte auch vor der Pandemie eine regelmäßige Gruppe, oder was haben wir, so einen Stammtisch organisiert. Also so eine arbeitsoffene Gruppe, die sich dann regelmäßig getroffen hat. Das ist ja völlig eingeschlafen jetzt. Und ab und zu macht man das nochmal im Kollegenkreis. Also die Teams, die man halt häufig trifft. Da wird gleich eine andere Frage zu kommen. Also mit denen, da ist klar, wenn wir Teamtage haben, Christoph bringt was mit. So, da wird gespielt. Ja, ich fand die nächste Frage, die kommt auch sehr interessant. Das würde mich auch wirklich selber interessieren, weil du ja sehr oft davon erzählst, dass du in der Arbeit spielst. Wie kann es sein, dass Christoph bei seinem Arbeitsplatz auf eine 9er-Gruppe stoßen kann, wo viele dabei sind, die noch nie oder bis jetzt ganz wenig gespielt haben? Hier sogar Quellenangabe, unser letztes Partyspiel-Video. Frage ich mich auch, weil wenn du so oft spielst, müsste doch eigentlich jeder schon Feuer gefangen haben. Ja, es ist ja nicht jeder immer dabei. Also die Leute, die viel spielen, ist eine kleinere Gruppe. Mit denen trifft man sich explizit. Aber manchmal hat man diese Team-Event-Tage, wo dann zum Beispiel App-Team ist meistens Android- und iOS-Leute. Also wir entwickeln nativ. Und da kommen dann halt ganz viele plötzlich zusammen. Also hast du auch mit den anderen Disziplinen, die noch dazu sind, so ein Agile-Coach, UX-Design und so weiter. Dann hast du auf einmal so über zehn Leute da sitzen. Und dann hast du auch definitiv ungefähr die Hälfte, die sehr wenig spielt. Ja, und das passiert ab und zu mal, auch in anderen Konstellationen. Also hast du immer wieder Leute, die du bekehren kannst. Großartig. Ja, nächste Frage geht auch an dich. Chris, warum arbeitest du nicht bei einem Brettspiel-Verlag im Marketing? Ich bin nicht so der Marketing-Mensch. Also es ist auch ein Thema, was mich interessiert. Ich habe mich auch mal eine Zeit lang mit Online-Marketing sehr viel beschäftigt. Aber da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Und also wenn, könnte ich mir eher andere Rollen bei einem Brettspiel-Verlag vorstellen, nicht unbedingt nur beim Marketing. Also ich könnte Marketing nur für Parfums machen. Da habe ich jetzt Feuer gefangen, nach dem letzten Obsession-Video. Wer es noch nicht gesehen hat, gib mir mal Feedback, ob ich da talentiert wäre. Und wir bleiben immer noch bei dir. Geht in eine ähnliche Richtung, Christoph. Wie läuft es denn bei Christophs Spieleentwicklung? Schlecht. Also das war die schnellste Erkenntnis ever, dass sobald man einen Brettspiel-Kanal hat, gibt es nichts anderes mehr. Da wird, glaube ich, auch später vielleicht eine Frage zum Thema Hobbys kommen. Es gibt keine anderen Hobbys. Es gibt Brettspielen und den Kanal. That's it. Es gibt keine anderen Hobbys. Wobei, also ab und zu setze ich mich dran. Ich war jetzt nochmal sehr gehuckt. Vielleicht schon mal so ein Spoiler, aber am besten sage ich nichts. Challengers fand ich sehr spannend. Hätte gern aber ein ähnliches Spiel im Kennerspiel-Bereich. Zwei Wochen später lerne ich Marvel Snap kennen und denke, that's it. Also Challengers kombiniert mit Marvel Snap. Das runtergebrochen auf ein Spielerlebnis für Kennerspieler. Perfekt. Da grübel ich gerade dran. Aber wie ihr das so kennt, man kommt nicht so weit, so schnell, wie man das gerne hätte. Also ich finde so ein Kartenspiel zu Marvel Snap ehrlich gesagt auch eine richtig coole Idee. Ich gehe mal zur nächsten Frage auch über. Lagern bei euch auch eigene Spielideen im Schrank, die ihr gern veröffentlicht würdet? Und in welche Richtung gehen die? Du hast diese Frage ja schon quasi mehrfach auch beantwortet. Also wir wissen ja, dass du dich da thematisch irgendwie eindenkst. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich selber auch immer wieder mal Ideen hatte, auch so Themen, wo ich mir gerne irgendwie mal ein Brettspiel wünschen würde und auch so überlegen würde, wie würde ich da rangehen an die Sache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt seitdem ich noch viel tiefer in diese Materie eingestiegen bin, habe ich einen wahnsinnigen Respekt entwickelt davor, was es bedeutet, ein Spiel zu entwickeln. Also das ist ja nicht einfach nur mal, ich habe eine coole Idee, sondern du musst es wahnsinnig oft testen, Prototypen bauen, Feedback einhornen, mit Verlagen besprechen. Da hängt ja so krass viel dran und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere die Leute, die dieses Talent dazu haben, das zu machen und ich glaube, meine Fähigkeiten sind woanders. Also ich würde das, glaube ich, nicht aufnehmen wollen, das zu versuchen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also wenn mich jemand fragt, wenn du nicht den Kanal hättest, welches Hobby hättest du dann, dann würde ich breit Spiele entwickeln. Ich würde es gerne viel mehr tun. Und welche Ideen habe ich im Schrank? Unendlich viele. Das ist mal das Leiden oder das Problem, wenn man dann so kreativ da am Kopf rumdenkt. Und mein Main Game, was ich unbedingt gerne machen möchte, ist wirklich so ein Sci-Fi 4X ähnliches Spiel. Mehr Karten getrieben, Engine Builder-like, was deutlich schneller gespielt ist als ein Twilight Imperium. Ich habe in meiner Jugend viele Card Games gespielt, auch das Babylon 5 Card Game und das Star Trek und alles Mögliche. Und da sind Anleihen drin, wo ich denke, ah, das würde ich gerne auf den Tisch kriegen. Ja, ich habe schon wieder Bock, direkt loszulegen. Das Babylon 5 Card Game, das ging an mir vorüber. Das habe ich gerade zum ersten Mal gehört. War nicht das Populärste. Nochmal eine Frage an Christoph. Ich habe zwei Kinder, die ziemlich genauso alt sind wie deine und ich bewundere, wie du es schaffst, so viel zu spielen. Wie machst du das? Ich spiele gar nicht so viel, das ist das Problem. Also, bevor zwei Kinder da waren, war das noch, fand ich, ganz gut. Das hat sich gerade halbiert. Also, ein zweites Kind dazu ist, eins plus eins ist nicht zwei. Das ist irgendwie vier gefühlt. Und deswegen ist es leider dieses Jahr deutlich weniger geworden. Und der Aufwand für den Kanal ist halt gleich geblieben. Und ihr müsst halt immer vorstellen, das, was in den Kanal hier an Arbeit reinfließt, ist halt weniger spielen in der Zeit. Deswegen spiele ich wahrscheinlich viel, viel weniger als die meisten da draußen. Deswegen deutlich weniger Regelvideos dieses Jahr von mir oder auch Einzelvideos. Mehr Einzelvideos von Thomas und geht gerade nicht mehr. Das ist schade. Deswegen freue ich mich immer auf diese Brettspielwochenenden oder BerlinCon und so weiter. Unsere Unterstützerwochenenden. Oder ich nehme mir explizit Urlaub und nehme den ganzen Tag Zeit mit Freunden, was Cooles zu zocken. Das ist, wo es gerade funktioniert. Und ansonsten, wie kriegt man alles unter den Hut? Ja, die Zeit abends halt. Wenn die Kinder im Bett sind, so die Abendszeit, dann habe ich so vier, fünf Abende, die ich dann immer dann voll einsetzen kann. Wochenende ist es für die Familie und sonst keine Hobbys. Also Sport ist auf jeden Fall bei null gerade. Das ist ein Problem. Also ich kann ja nur mal sagen, wenn die Kinder älter werden, hat man auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Unter anderem, dass man auch mit den eigenen Kindern spielt. Und zwar auch etwas komplexere Sachen. Und es ändert sich halt die ganze Zeit irgendwas. Man muss halt irgendwie immer sich neu drauf einstellen, wo man die Lücken findet. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, solche Spiele Wochenenden oder ganze Spiele Tage, wo man auch dann diesen Freiraum hat. Man kann sich da voll drauf einlassen. Die habe ich auch sehr lieb gewonnen in letzter Zeit. Aber es geht gerade los. Also Obstgarten ist gerade der Renner bei meinem Sohn. Und irgendwie das mit dem kleiner Vogelwurm hat Hunger irgendwie. Auch von Haber. Namen vergessen. Da kommen wir später noch ganz konkret drauf. Behalten wir noch die ganzen Spiele für dich. Da gibt es noch eine Frage später. Jetzt noch die Frage erstmal. Wie habt ihr eure Familien zum Spielen gebracht? Oder sind die schon von Haus aus spieleraffin? Und sind eure Frauen genauso im Hobby drin wie ihr? Oder spielen sie nur ab und zu mit? Wie ist es bei dir? Also, wie habe ich die Familie zum Spielen bekommen? Ich habe einfach Spiele vorgesetzt, die leicht losgingen, Partycharakter haben. Und dann waren das Renner. Gerade so in der jüngeren Familienrunde, sage ich mal. Mit Bruder und sowas halt. Die spielen jetzt aber auch keine richtigen Familien- und Kennerspiele. Das sind meistens die Partyspiele gehabt. Aber da sind aber auch Runden mit acht, neun Leuten. Da geht halt auch nichts anderes. So, Familie mit Schwägerin, Frau und so weiter. Ja, so habe ich drangeführt. Einfache Spiele erstmal gehabt. So ein Port Royal oder weiß ich schon gar nicht mehr. Also, einfache Spiele. Und dann geht es auch gerne mal in den Kennerspielbereich. Aber dann auch nur seichtes Niveau. Und spielen die gerne viel mit. Also, mit einer Frau habe ich gerne gespielt, bevor die zwei Kinder da waren. Seitdem die zwei Kinder da sind, haben wir jetzt das erste Mal vor kurzem Dorfromantik gespielt. Das war seit einem Jahr das erste Spiel, was wir mal wieder auf den Tisch bekommen haben. Leider. Aber es passt natürlich thematisch sehr gut. Also, ich hatte da nicht den Vorteil, dass meine Frau und ich so beide in dieses Brettspiel-Hobby eingestiegen sind. Da gibt es später auch noch ein paar Fragen dazu. Aber wir haben das gemeinsam sozusagen auch für uns entdeckt. und haben dann irgendwie sehr, sehr viel gespielt und auch da gemeinsam uns weiterentwickelt. Wobei man schon sagen kann, ich bin tiefer in das Rabbit Hole reingefallen als sie. Habt ihr jetzt auch kurz mal gesehen für ein kurzes Cameo. Aber sie würde jetzt nicht so weit gehen irgendwie, dass sie selber jetzt irgendwie sich viel über Spiele informiert und dann die Regeln liest und so weiter. Aber hat voll Bock, halt auch immer mitzuspielen. Ja, meine Frau ist überhaupt nicht im Hobby drin. Das war die eigentliche Frage. Also, die informiert sich da überhaupt nicht. Die kann sich von vielen Spielen den Namen nicht merken. Die sagt immer ja das Spiel mit dem und da, da, da und hier mit Monsterspiel. Und die hat dann immer irgendwelche Umschreibungen, was sie dann gerne spielt. Ich glaube, wenn die Kinder groß genug sind, dann geht da mehr. Da geht mehr. Werden wir später auch noch erfahren. Ich habe noch eine ganz sehr, sehr persönliche Frage. Und zwar hast du offensichtlich in deinem Tausender-Special, da war ich ja noch gar nicht mit am Start, hattest du einen Tanzkurs erwähnt, den du mit deiner Frau gerne machen möchtest? Und die Frage ist, hat der denn stattgefunden und wie hat es euch gefallen? Ja, sehr geschickt. Also, wir haben schon mal einen Tanzkurs gemacht. Ich habe in der Vergangenheit auch mehrere Tanzkurse gehabt. Wir hatten schon mal zusammen einen, das war vor den Kindern. Wir haben den Angesprochenen noch nicht eingelöst. Aber ich muss auch sagen, also wenn ein Mann sagt, er macht was, da musst du mich nicht jedes Jahr dran erinnern. Naja, beim Thema Tanzkurs vielleicht schon. Aber bitte halte uns auf einem Laufenden. Würde mich auch interessieren, wie das dann abgelaufen ist. Mein letzter Tanzkurs ist schon ziemlich lange her, ehrlich gesagt. Was war denn so das erste Brettspiel, Gesellschaftsspiel, was ihr je gespielt habt? Und mich würde interessieren, schreibt jemand anderes, was für Spiele habt ihr gerne gespielt, als ihr Kinder wart? Das fand ich ehrlich gesagt eine total interessante Frage, weil wir hatten ja nichts damals. Also ich kann mich daran erinnern, im Kindergarten sehr viel das verrückte Labyrinth gespielt zu haben. Ich fand auch die Insel des Vulca, hieß es glaube ich, Verbinden Island auf Deutsch, hatte einer meiner besten Freunde. Das hatte ich leider nicht selber, aber das fand ich damals schon mega krass. Deswegen war ich bei dem Remake jetzt auch so gehuckt und wollte das unbedingt mal spielen. Und natürlich solche Sachen wie das Nebfeld in der Achterbahn und natürlich Monopoly und so weiter. Da gab es auch einige schreckliche Stunden. Aber halt so die Klassiker, wir haben auch viel Romy gespielt oder andere Kartenspiele oder Kniffel. Also jetzt irgendwie nichts super Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, wie es da bei dir war. Ganz schwierig. Also wir waren gar nicht so die Spielerfamilie. Ich weiß mal, eine Oma, die hat sich immer erbarmt, aber das waren dann auch eher so Beckham und Halma. Und ich weiß, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, aber nicht mal an den Namen. Ich habe das schon mal so beschrieben. Jemand hat es dann auch reingeschrieben und ich habe nachgeguckt. Das war es auch. Ich habe es schon wieder vergessen. Also falls euch das wieder einfällt. Ich weiß noch, ein prägendes Merkmal war, dass von einer Mitte aus so Regenbogen nach außen gingen, in so verschiedene Steine. Und man musste so rumlaufen und irgendwas suchen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und wenn dir das jemandem einfällt oder das kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich versuche es mir wieder zu merken. Das war auf jeden Fall, was mir immer hängen geblieben ist, weil ich das wohl sehr gerne gespielt habe. Und ansonsten kann ich mich da wenig erinnern. Aber halt diese Klassiker wie Monopoly oder das verrückte Labyrinth, ja, die waren definitiv auch mal auf dem Tisch. Sagerland fällt mir auch gerade ein. Ja, aber das war es nicht. Ich habe das ja auch wieder entdeckt jetzt mit meinen eigenen Kindern. Und man muss sagen, so geil ist das Spiel gar nicht gewesen. Es ist halt wirklich ein Road-to-Move-Memory. Aber egal. Wir sollten mal über Kinderspiele sprechen, die man verbessern könnte. Nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, wann und über welche Spiele seid ihr ins Hobby gekommen? Also jetzt quasi sozusagen der Schritt jetzt weiter von vor ein paar Jahren, als wir wirklich in dieses moderne Brettspiel-Hobby eingestiegen sind. Was hat dich da reingezogen? Also bei mir war das, glaube ich, 2015. Also gar nicht so lange her. Oh, schon fast sieben Jahre bald. Ne, über sieben Jahre. Und zwar war das, weil ein neuer Arbeitskollege bei uns angefangen hatte, der aus einer Firma kam, wo sehr viele Brettspiele gespielt worden sind. Da gab es eine aktive Gruppe. Und der hat das einfach mit reingebracht und meinte, ey, Battlestar Galactica, bestes Spiel, müssen wir mal zusammen spielen. Hat dann so noch ewig gedauert, bis es dann mal wirklich auf den Tisch kam. Aber das war dann so die erste Erfahrung. Und ich hatte das dann zugelegt und hatte dann direkt bei Amazon zig andere Empfehlungen. Bin dann nochmal abgedriftet zu X-Wing, kam dann wieder zurück. Dann haben wir es endlich gezockt und dann ging es halt los. Dann habe ich mal festgestellt, boah, krass, sind ja voll die krassen nerdigen Spiele am Start. Und ich habe mal einen Screenshot rausgesucht, von einer ersten kleinen Sammlung, die ich mal hatte, was auf jeden Fall hängen geblieben war. Roll for the Galaxy hatten wir gerne gespielt auf der Arbeit. Legenden von Andor, Machi Koro, Star Wars Rebellion war auch eines der ersten Spiele, die ich auf dem Tisch hatte. Klar, als Star Wars Fan musste es sein. Port Real haben wir gerne gespielt und Blood Rage war auch früh dabei. Und eines der ersten so richtigen Aha-Erlebnisse war dann auch Pandemic Legacy. Das hat man dann auch in der Arbeitsgruppe als Kampagne gespielt. Das waren so die ersten tragenden Spiele. Also bei mir ist es jetzt ungefähr so zehn Jahre her. Und zwar ziemlich genau, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass ich 2012, da waren wir hier zu Hause und Silvester ist die Party ausgefallen und wir waren zu Hause und dachten, ja komm, lass uns doch ein Spiel spielen. Und dann kramt man irgendwie so rum und guckt, was man irgendwie noch so im Regal stehen hat. Und dann dachte ich mir irgendwie tatsächlich dann danach, da muss es doch irgendwie mittlerweile bessere Spiele geben. Das kann aber nicht sein. Und dann bin ich quasi in der ersten Januarwoche irgendwie so durch ganz München in alle Läden und habe irgendwie nach Spielen geguckt. Und ich weiß noch, das erste Spiel, oder es waren zwei Spiele, die ich mir gekauft habe, waren Pandemie und die Verbotene Insel, die auch noch relativ ähnlich sind. Die waren in so einem Sale. Also ich habe Pandemie in dieser Holzversion für 4,99 Euro gekauft. Und dann habe ich die gespielt und war total geflasht, weil ich vorher noch nie was von kooperativen Spielen gehört habe. Also dass wir zusammen spielen und hier von der Insel, die dann so langsam untergeht, entkommen müssen, das fand ich unglaublich faszinierend. Und dann ging es halt irgendwie so los mit Dominion und Seven Wonders, King of Tokyo, diese ganzen üblichen Sachen, die man auch so als Einsteiger-Spiele kennt. Irgendwann auch Robinson Crusoe, viel zu früh gekauft, habe mich durch das Artwork und das Thema irgendwie da verlocken lassen. Das hat mich aber, ich habe ja in verschiedenen Videos schon darüber gesprochen, sehr viel Kraft und Mühe gekostet mir, dieses Spiel zu erarbeiten. Aber es hat sich gelohnt. Und dann bin ich total hängen geblieben. Dann ging es auch so los mit YouTube-Kanäle entdecken und was gibt es denn da eigentlich alles so? Und dann war ich irgendwie der ganzen Sache verfallen. Dann kam irgendwie eins zum nächsten. Gut, nächste Frage. Die ist, glaube ich, schnell zu beantworten. Wie viele Spiele besitzt ihr mittlerweile? Ich habe tatsächlich als Vorbereitung das heute Nachmittag nochmal durchgezählt. Es sind aktuell 232. Aber meine Sammlung ist auch immer ständig im Fluss. Also es gehen auch immer wieder ganz viele Spiele raus. Ich möchte eigentlich nicht mehr als 200 Spiele haben. Und einfach nur, dass die Perlen, die ich wirklich brauche, dass sie hier bleiben. Also ich weiß es nicht. Es interessiert mich auch nicht. Ich habe auch vorher nicht gezählt. Ist mir egal. Ja, es ist, wie du sagst, ein Kommen und Gehen. Also bei uns natürlich in besonderer Hinsicht, weil viel reinkommt, was wir uns gerne angucken. Und wenig bleibt dann im Regal und der Rest geht raus. Nicht, weil das alles schlechte Spiele sind, weil wir wissen, die werden nicht in den nächsten Jahren nochmal auf den Tisch kommen. Und wenn wir mega Bock drauf hätten, kennen wir jemanden, der es hat. Oder wir kaufen es einfach nochmal. Also so ist meine Philosophie. Deswegen bleibt hier natürlich eine ganze Riege an Spielen immer da. Auch ein bemaltes Blood Rage oder Twilight Imperium und was weiß ich was. So, die werden niemals ausziehen. Aber trotzdem, es gibt auch Spiele, die habe ich mal verkauft und habe sie danach wieder gekauft. Weil ich das Gefühl hatte, ach, eigentlich hätte ich sie doch nochmal gern gespielt. Aber dann wird es halt einfach nochmal gekauft. Ja, ich bin kein richtiger Sammler. Also für mich ist das dann auch eher Ballast. Also wenn ich mir vorstelle, dass hier irgendwie tausend Spiele ich in der Bude hätte und die verwalten müsste und die einfach nur rumliegen und ich mir dann Gedanken mache, ob da jetzt irgendwelche Papierfische dann drin rumschwirren oder so und das auffressen. Nee, da lieber. Weil wir haben das Problem, also ich habe das Problem, dass halt viele Kartonagen auch hier rumstehen, weil wir gerne viele Spiele auch wieder raushauen. Also Räti-Exemplare zum Beispiel verschenken an Unterstützer und so weiter. Also wir verkaufen die ja nicht. Bei uns werden Räti-Exemplare immer verschenkt. Und dessen braucht man immer viele Kartons, um die wieder zu verschicken. Und ja, ich brauche Platz. Also das ist das größte Problem. Ich habe keine Lust, mich dazu zu ballern. Also mir geht es ehrlich gesagt auch so. Natürlich sammle ich auch ein bisschen und es gibt ein paar Sachen, die sind mir wirklich heilig und die würde ich auch niemals hergeben. Aber ich bin tatsächlich schon eher der Spieler als der Sammler. Und dieses Konzept eines Pile of Shames, dass man irgendwie 100 ungespielte Spiele irgendwie verschweißt irgendwo stehen hat, das kenne ich ehrlich gesagt so gar nicht, weil ich irgendwie dann mich auch sehr zurückhalte. Und man muss halt irgendwie die Sachen auch einigermaßen aufgeräumt hinterlassen. Später kommt ja noch die Frage, mit wie viel wir kaufen und so weiter. Ja, das ist, glaube ich, sogar die nächste Frage. Und zwar genau, wie kommt ihr zu den Brettspielen? Ich hoffe nicht, dass ihr die alle selber kaufen müsst. Oder wird dann der Familie in Urlaub gestrichen? Und da ist auch die Frage, wie viel Geld gebt ihr denn für Brettspiele? Also müssen da andere Hobbys oder Reisen irgendwie auch mal kürzer treten? Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wenn wir Spiele uns gerne angucken wollen und die anfragen, dass wir die auch eigentlich immer bekommen, fast immer. Manchmal bin ich zu faul dafür. Dann sage ich mir, okay, für ein 15, 20 Euro Spiel, ich bestelle es jetzt einfach, weil es einfacher ist. Dann ist es auch steuerlich immer unkomplizierter. Ich kann es einfach wieder verkaufen. Und wenn du Sachen halt als Rätsexemplar bekommst und behältst sie in der Sammlung, musst du halt auch was steuern. Und deswegen ist es manchmal einfach unkomplizierter. Ich kaufe den Kram einfach, auch was Kickstarter angeht und so weiter. Ja, was war die Frage? Wie viel gehen wir aus? Keine Ahnung. Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss es zum Glück auch nicht wissen. Wenn ich etwas haben möchte, kaufe ich es mir einfach. Und dann kann ich es auch wieder verkaufen. Und wenn ich es dann doch wieder haben will, kaufe ich es mir einfach wieder. Und wenn ich irgendwas spielen möchte, was man als Rätsexemplar bekommt, dann holen wir uns das auch gerne. Es ist halt so, dass Verlag auch auf uns zukommen und fragen, hey, das ist unser Programm für die Spiele in Essen. Was interessiert dich davon? Und dann wählst du halt ein paar Titel aus, wo du weißt, da habe ich Bock drauf, die will ich auch spielen. Dann sagen sie, willst du nicht das auch ausprobieren? Dann denkst du, manchmal sagst du ja, okay. Und manchmal sagst du, nee, ich glaube, das interessiert mich wirklich nicht. Weil mir macht es auch innerlich Druck, wenn man hier Sachen rumstehen hat, wo vielleicht eine gewisse Erwartung hinter ist, dass man da vielleicht auch was drüber erzählt. Und das klappt halt einfach nicht. Deswegen sorry an Andi Verlage. Wir versuchen über viel zu reden. Wir können nicht über alles reden. Ja, ich glaube, das kann man auch verstehen. Ich habe tatsächlich auch mal, weil ich mir auch dann nochmal im Vorfeld Gedanken gemacht habe, wie viel kaufe ich eigentlich? Was kriegen wir in Rätsexemplaren und so weiter? Und der größte Teil, ich habe das mal irgendwann auch mal ausgerechnet für eine gewisse Zeitraum, ist tatsächlich auch Spiele, die ich gar nicht besitze. Also die ich tatsächlich bei Sven oder bei Dennis oder auf öffentlichen Spieleabenden oder auf Messen und Brettspielwochenenden und so weiter einfach auch mitspiele. Und ich habe, wir werden später auch noch über so verschiedene Spielgelegenheiten sprechen, irgendwie den Luxus, oder ich habe zumindest den Luxus, viele Spielgruppen zu haben und viele Menschen in der Umgebung, die auch alle gerne spielen. Und ich muss halt auch nicht alles haben. Also wenn sich jemand einen teuren Kickstarter XY rauslässt, dann spiele ich das gerne irgendwie mit und freue mich, dass er irgendwie da ist und dass wir es spielen können. Aber ich muss es nicht alles selber mir kaufen. Und das ist natürlich auch irgendwie sehr erholsam für den Geldbeutel. Weil die meisten Sachen tatsächlich auch nicht hier stehen müssen. Da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Wir versuchen das ja in unseren Gespielt-Folgen mal super transparent zu machen. Zum Ersten ist es ein Pressemuster, privat gekauft oder haben wir es mitgespielt? Und wie gewachsen ist der Eindruck? Und ich mache ja mal die Einblendung, da fällt mir auf, die meisten Spiele sind mitgespielt. Also wir spielen sie irgendwo mit. Wir holen sie uns nicht selber und kaufen sie uns nicht, sondern haben das Glück, das irgendwann mitspielen zu können. Hat auch dann oft den Vorteil, dass andere Leute auch die Regeln erklären können irgendwie. Oder manchmal wird man auch dazu, muss man im Bus noch selber die Regeln irgendwie vorbereiten. Zu dem Thema gibt es auch noch Fragen, ja. Ja, da kommt auch noch was später. Aber wir bleiben nochmal kurz beim Spiele kaufen. Und zwar die Frage, ab welcher Summe würdet ihr sagen, nein, das Spiel ist zu teuer, das geht mir zu weit. Am Anfang fand ich 40 Euro teurer, schreibt die Person, dann 60 und gefühlt wird es irgendwie immer schlimmer. Ich habe mir da heute lange Gedanken drüber gemacht und muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Frage gar nicht so an einem Preis festmachen, weil das total davon abhängt, was das für ein Spiel ist. Ich habe letztens im Spiel darüber gesprochen, dass ich Weather Machine mit 200 Euro einfach viel zu teuer finde, obwohl ich ein unfassbarer Lacerda-Fanboy bin und mir das wirklich schwerfällt, irgendwie so viel Geld dafür auszugeben. Und das ist ganz unterschiedlich. Also ein Kingdom Death Monster kostet 400 Euro, aber alle, die das haben, sagen, ist das auch wert, weil da einfach wahnsinnig viel drinsteckt. Und so ein Cat in the Box, ein kleines Stichspiel, was irgendwie 35 oder 45 Euro auf der Messing kostet, würde ich sagen, das ist doppelt so teuer, wie es sein müsste. Also bei mir ist das wirklich sehr individuell, immer beim entsprechenden Spiel, was ist da an Material drin, an Entwicklung, wie viel Spielspaß habe ich da, also wie oft und wie lange spiele ich das. Und das ist für mich so der Maßstab, ob ich etwas jetzt gefühlt teuer oder günstig empfinde. Ja, es kommt voll drauf an, auch bei mir. Ich setze immer ein Verhältnis zu dem, wie wichtig mir dieses Spiel ist, wie sehr will ich es gerne haben und wie viel Spiel ist es wirklich. Ich muss aber mal ganz klar sagen an der Stelle, ich finde, und da werden mir wahrscheinlich die meisten nicht zustimmen, Spiele sind leider zu günstig in Deutschland. Also wenn man das sieht in anderen Märkten, werden die deutlich teurer angeboten und verstehen nicht, warum die in Deutschland immer so günstig sind, weil das dann so hart umkämpft der Markt ist und die Deutschen halt so preisaffin sind. In dieser Branche wird leider an viel zu vielen Ecken zu wenig verdient. Also Autoren sind gefühlt mit Flaschensammeln besser bedient und in den Verlagen bleibt leider, glaube ich, auch zu wenig hängen, so wie ich das mitbekomme. Deswegen, ja, der Frank Noah sagt ja immer gerne, das ist ein großer Enthusiastenverein, diese Brettspielbranche. Deswegen, ja, schwieriges Thema, Preise. Und jetzt noch mit der ganzen Ressourcen und Logistikproblematik. Ja, ich kann das verstehen, dass das weh tut, aber ich glaube, der Trend sollte hingehen zu mehr ausgewählte Spiele und die häufiger spielen, statt Brettspielkonsum und alles nur ein-, zweimal spielen. Ja, und ich glaube ehrlich gesagt auch tatsächlich, wenn die Leute irgendwie auch sagen, Brettspiele boomen so und da kann man irgendwie auch viel Geld mit verdienen, dann haben die Leute natürlich sowas wie Flügelschlag und die Exit-Spiele und solche Sachen, die halt irgendwie hunderttausende Auflagen haben. Das sind halt die ganz, ganz wenigen. Ja, so ein Siedler von Katan kommt halt nur alle 20 Jahre mal vorbei und die allermeisten haben ja wirklich super kleine Auflagen und müssen das genau durchkalkulieren und dann muss ein Hit oder etwas, was sich einigermaßen gut verkauft, ja andere Sachen auch wieder kompensieren, mit denen man halt irgendwie Verlust macht. Ich bin auch zu wenig drin in dem Thema, um wirklich irgendwie das beurteilen zu können, muss aber auch als Kunde sozusagen oder als Brettspieler halt auch immer die Entscheidung treffen, wofür gebe ich mein Geld aus oder nicht und das ist, wie gesagt, sehr individuell. Also ich habe da keine Preismarke, wo ich sage, mehr darf das nicht kosten, sondern das hängt vom Spiel ab. Ja, absolut. Aber ich würde schon sagen, so ab 160, da fängt man schon eh mal an, drüber nachzudenken. Ich weiß noch, so ein Descent, Legenden der Finsternis, so 150 so ausgegeben, aber ja gut, ist auch eine geile Box und da ist wahrscheinlich viel drin und mit der App-Entwicklung und so weiter kann ich nachvollziehen, dass sie das auch kosten muss, keine Frage, aber dann überlegen wir trotzdem, ob man das Spiel wirklich so häufig spielt, wie das Geld, das man dafür ausgibt. Ich arbeite ja nicht in der IT-Branche, bei mir geht es ab 100 Euro schon los, dass ich irgendwie drüber nachgrübele, ob das was für mich ist oder nicht. Gehen wir mal weiter irgendwie in die Frage Spiele kaufen und zwar im Regal vor euch stehen die englische und die deutsche Version eines Spiels, das ihr haben wollt, und zwar nebeneinander. Welches kauft ihr? Also ich kaufe die deutsche, weil ich dann einfach mehr Leute habe, die das mitspielen. Es kommt immer auch zum Spiel an, ich habe kein Problem mit den englischen Versionen, manchmal finde ich es sogar besser, aber eigentlich grundsätzlich deutsch, weil man sie gegebenenfalls auch besser wieder weiterverkauft bekommt. Ja, ich würde dem zustimmen, ich würde fast immer die deutsche Version nehmen, weil ich das mit mehr Leuten spielen kann und die Sprachbarriere einfach wegfällt. Außer bei manchen Spielen, wo ich Angst habe, dass sie vielleicht gar nicht erst lokalisiert werden oder dass es ewig lang dauert oder die Erweiterungen nicht kommen und ich es nicht abwarten kann und sage, ich will das aber irgendwie gleich haben und nicht erst in zwei Jahren eventuell, dann hole ich mir auch die englische. Und in ganz, ganz wenigen Fällen ist es auch tatsächlich, dass es das Flair vielleicht des Spiels auch ein bisschen aufwertet, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also Zugänglichkeit und dass man es mit vielen Leuten spielen kann, ist mir persönlich auch wichtiger. Jetzt kommen ganz, ganz viele Fragen. Ich fasse die mal zusammen, die gehen alle so in die gleiche Richtung. Ein bisschen hast du schon drüber gesprochen und zwar, wie viel Zeit investiert ihr denn wöchentlich in das Spielen und auch in den Kanal und wie lange dauert das eigentlich so, das alles so zu managen? Also wie viel Zeit investieren wir da insgesamt? Soll ich mal anfangen? Also bei mir ist es dieses Jahr gekippt, dass ich mehr Zeit für den Kanal investiere, als fürs Spielen selber. Stark gekippt. Spielen bin ich froh im Moment, wenn ich so ein Spielabend, sage ich mal, in der Woche hinbekomme. Das beinhaltet dann aber auch, dass mal ein Spielewochenende oder ein ganzer Spieletag dabei ist und ich breche das mal runter dann, dass es halt, sagen wir mal, ein Spieletag ist so viel wert wie zwei Spieleabende. Und dann ist das ungefähr das, was ich dieses Jahr hinbekommen habe. Und für den Kanal selber, wie eben schon gesagt, also es sind dann locker fünf Abende, mindestens drei, vier Stunden, die für den Kanal draufgehen. Locker. Eher mehr. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe vor der Pandemie, das ist ja auch schon jetzt Jahre her, gefühlt, oder auch in Wirklichkeit, habe ich tatsächlich ungefähr so dreimal die Woche abends gespielt, hatte mehrere Gruppen, bin auch auf öffentliche Spieletreffs gegangen, wir hatten immer am Wochenende immer Freunde zu Gast oder waren irgendwo unterwegs und haben gespielt. Und das ist in der Pandemie einfach wegen dem Social Distancing weniger geworden und dann habe ich ja auch gleichzeitig angefangen, hier bei der Board Games irgendwie Videos zu machen und dann ist auch bei mir das so ein bisschen geschifftet, irgendwie auch in sehr viel Freizeit irgendwie auch in das Video drehen zu investieren und weniger in Spiele. Also ich kann es gar nicht jetzt sagen irgendwie, aber also zehn Stunden werden es schon sein die Woche irgendwie und dann auch noch mal so viel mindestens für den Kanal, aber das ist auch, man müsste mal ein Buch führen, aber das ist wirklich sehr schwer, weil oft machen wir das kumuliert, dann haben wir irgendwie eine Woche Zeit und da wird extrem viel gedreht und dann wird auch mal eine Woche gar nichts gemacht, ja. Also was man da an der Stelle, zwei Sachen, die ich da sagen möchte. Das eine ist, wir machen das jetzt schon sehr lange und sind glaube ich auch recht effizient da drin, also wie jetzt gerade, wir nehmen zwei, drei Videos dann am Abend auf. Wir machen, wir batchen das halt, nennt man das, ne. Also da wird halt am Stück einfach abgearbeitet oder vorgearbeitet. Vieles, was Vorbereitung ist, passiert so asynchron einfach, dass es, wenn es dann in den Sinn kommt, pflegt man das und gemeinsam wird dann aufgenommen in einem Rutsch und ich sitze dann abends da und mache meistens noch den Schnitt. An der Stelle, wir kümmern uns drennächst um den Cutter, ganz wichtig, also wer da Ambitionen hat, da haben sich ja damals schon mal Leute gemeldet, demnächst mache ich das nochmal ein bisschen ordentlicher, dass wir da gerne Unterstützung suchen, wer uns beim Cutten helfen möchte. Das andere ist, vielen, vielen Dank an unsere Supporter, die uns auf Steady und Patreon unterstützen. Das hilft uns sehr, weil wir schon Ambitionen haben, zumindest unseren Job einen Tick zu reduzieren. Sagen wir mal, beispielsweise auf eine Viertagewoche zu gehen, dass man einfach mehr Zeit hat für diesen Kanal und das Hobby. Deswegen hilft uns das, kommt uns entgegen in diese Richtung, dass wir das überhaupt machen können, weil beide volle Familie ist nicht günstig. Also wir können uns nicht erlauben, einfach singlemäßig eine Wohnung zu haben und dann die ganze Zeit dem Hobby zu frönen. Wäre cool, aber wir haben ansonsten noch ein Leben, was wir auch gerne leben wollen. Und deswegen hilft uns das sehr, wenn wir da perspektivisch es vielleicht schaffen, Arbeitszeit reduzieren zu können und dann halt hier mehr machen zu können. Ja, also ich habe ja wirklich mehrere Fragen hier zusammengefasst. Einer steht auch wirklich drin, wie kriegt ihr das alles unter einen Hut? Und man muss sagen, also ich glaube, es hängt auch viel mit Organisation zusammen und Struktur, also wie man die Sachen eigentlich auch abgearbeitet kriegt und wie man eingespielt ist. Und die Frage ist halt auch immer, wann man Zeit findet zum Aufnehmen. Also ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut, das ist jetzt halb zwölf. Also wir werden sicherlich noch irgendwie bis weit nach Mitternacht irgendwie hier zusammen drehen. Und das geht halt dann irgendwie auch mal irgendwie der Schlaf vielleicht mal ein bisschen weniger drauf. Also es ist halt irgendwie, irgendwo muss man ja Abstriche irgendwie machen. Und bei Beruf und Familie geht es nicht. Ja. Genau. Welches Spiel habt ihr denn am meisten gespielt? Das habe ich vorhin auch in meiner App nochmal nachgeschaut. Ich habe tatsächlich ein paar Spiele weit über 100 Mal gespielt. Das sind unter anderem Robinson Crusoe, Codenames, Android Netrunner. Das ist meine heißen Netrunner-Phase, die aber auch schon sehr lange vorbei ist. Gott sei Dank gibt es jetzt Marvel Snap. Und so Clever hat aber gute Chancen, auch diese Hunderter-Marke jetzt bald zu knacken, weil das halt echt bei uns rauf und runter gespielt wird. Ja. Ich könnte es gar nicht sagen. Es sind wahrscheinlich auch irgendwelche kleinen Kartenspiele, aber die längste Zeit, die ich in ein Spiel investiert habe, mit Spielen, ich glaube, das ist leichter. Das wäre zum einen wäre es Gloomhaven an sich, das Brettspiel, die Kampagne und dann nochmal die Digital-Variante, die habe ich auch nochmal durchgespielt. Oh, digital. Ja, und Pandemic Legacy, wenn ich alle Boxen zusammennehme, ist auch viel Zeit reingegangen und einige Partien, vor allem in der zweiten Box, wo wir gefühlt jedes Mal gescheitert sind und jeden zweimal gemacht haben, boah, das ist nicht so gefrustet. Nee, ich könnte mal durchs Regal gucken, aber ja, ich glaube, das sind die Spitzenreiter. Gut, dann eine Frage, die haben wir vorhin schon so ein bisschen geschnitten. Wie habt ihr eure Spielerunden gefunden und was soll ich tun, wenn ich nicht genug begeisterte Mitspieler finde? Es gibt so viele Spiele, die ich spielen will, aber meine Mitmenschen wollen das nur sehr begrenzt. Ja, daran kann ich mich ehrlich gesagt auch erinnern. Ich hatte, wie gesagt, das Glück, dass meine Frau und ich da beide so Bock auf dieses Hobby haben und da so eingestiegen sind und bei mir ist es tatsächlich so, das hat sich über die Jahre entwickelt. Also ich wohne natürlich jetzt auch in einer Großstadt, das ist natürlich jetzt irgendwie auch regional unterschiedlich, aber wir haben in München wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo man auch öffentlich spielen kann, verschiedene Clubs und Spielgelegenheiten und Spieleabende, die wöchentlich und zweimöchentlich stattfinden und da bin ich halt auch ganz viel hingegangen und habe einfach wahnsinnig viele andere Leute kennengelernt und dann hat man sich halt auch mal privat so anderweitig getroffen zum Spielen und dann natürlich irgendwie auch über Instagram und über den Kanal und es geht irgendwie immer weiter. Also das Spielenetzwerk wird irgendwie immer größer und man findet irgendwie immer mehr Leute und mit manchen klickt es dann einfach und es funktioniert gut und dann entwickeln sich halt regelmäßige Spielerunden draus. Also ich glaube, man muss irgendwann einfach mal anfangen und dann kommt es hoffentlich so ins Laufen. Das wäre jetzt mein Tipp. Ja, öffentliche Spiele treffst. Zum Beispiel Alibaba ist ja so ein Club, der in vielen Städten vertreten ist. Wir haben auf unserem Discord einen Channel als Forum angelegt, wo ganz viele Spiele-Treffs gelistet sind. Vielleicht findet ihr da was in der Nähe. Ansonsten zum Beispiel unser Unterstützer-Wochenende. Da haben sich einige Gruppen gefunden, die dann regional sich gerne treffen. So in München, in Osnabrück und so weiter. Spiele wie diese Facebook-Gruppe mal rund fragen. Hey, bin da und da. Wer ist auch verortet? Ich war gerade noch mal überlegen. Eine Idee hatte ich gerade noch, aber ja, wie du sagtest, öffentliche Spiele-Treffs fangt da an. Das ist meistens ein guter Start. Ja, da ist auch die nächste Frage. Habt ihr denn noch Zeit, organisierte Spiele-Treffen zu besuchen? Und wie wäre es mit einem Video darüber, über Spiele-Treffen, um der Community Möglichkeiten aufzuzeigen, wo man denn als Brettspieleinsteiger sich informieren und vernetzen kann? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, seit der Pandemie ist es bei mir deutlich zurückgegangen. Unter anderem auch dadurch, weil ich halt eben auch andere Spielegruppen habe, mit denen ich regelmäßig spiele. Ja, dadurch sind zwei Faktoren, die dazu geführt haben. Und ich habe auch tatsächlich schon überlegt, ob wir das mal in einem Video oder so irgendwie aufbauen können. Ich glaube aber, dass das gar nicht so das richtige Format ist, weil sowas wie ein Discord-Server oder so, da kannst du halt die Informationen immer wieder auch updaten. Und so ein Video ist, glaube ich, irgendwie relativ schnell dann auch nicht mehr ganz aktuell, weil sich einfach auch neue Sachen ergeben oder manche Sachen auch wieder sich ändern von den Zeiten oder so. Daher weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und man müsste es auch wirklich für zig verschiedene Regionen anbieten. Ob das jetzt wirklich irgendwie so das Medium der Wahl ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, allein dieser Tipp mit, wie finde ich denn Gruppen oder sowas halt, also nicht grundsätzlich die jetzt alles übernennen, du willst ja vielleicht ein paar geheime Video-Ideen droppen, vielleicht ist das ein Teil davon. Soll ich das noch droppen? Aber es kommt so eine ähnliche Frage, also eine passende Frage kommt später noch, ja das stimmt. Aber ansonsten, wie du sagst, also für uns ist das eher ein weniger ein Problem, es ist einfach nur eine Zeitfrage. Also ich habe auch das Glück hier in Bonn, dass einige, wie ein Flo von Get on Board oder Christoph Post, Martin Klein ist auch noch in der Nähe gewesen. Also hier gibt es so viele Leute, die sich auch selbst gemeldet haben, das Problem ist einfach nur die Zeit. Also auch wer sich da schon mal gemeldet hat und ich meinte, klappt bestimmt irgendwann mal und es hat nie geklappt, es liegt nicht an euch, es ist nur ein Zeitproblem einfach. Ja, also es ist wirklich, ich spiele ja wahnsinnig viel auch mit Sven von Brett Ballett, der wohnt auch wirklich nicht weit entfernt und das ist wirklich was, was wir Gott sei Dank auch sehr regelmäßig hinbekommen, weil da auch einfach eine tolle Freundschaft mittlerweile daraus entstanden ist und das funktioniert halt irgendwie nicht auf Knopfdruck, das ergibt sich halt einfach, ja da führt immer eins zum anderen und dann entwickeln sich die Dinge und dann trifft man schon die Leute, die die gleiche Leidenschaft haben wie man selber. Die nächste Frage, habt ihr eine Strategie, um nicht nur den eigenen Geschmack immer wieder zu bestätigen und wie geht ihr mit der Board Game Bubble um? Sehr gute Frage. Was ist die Board Game Bubble? Also bezüglich eigener Geschmack, ich finde das nicht schlimm, nur Spiele zu spielen, wo man das Gefühl hat, könnte mir gefallen, weil ich sehe jetzt hier nicht die Verpflichtung, dass ich alles spielen muss, um über alles reden zu können, also dafür ist meine Zeit dann auch zu schade. Das passiert aber grundsätzlich, weil man sich ja gerne mit Runden trifft, wo einem das auch egal ist, was jetzt gerade mal auf den Tisch kommt oder wo jemand sagt, ich habe was vorbereitet, soll man das spielen? Ja klar, spielen wir das, also wenn jemand vorbereitet hat, auf jeden Fall. Ähm, deswegen kommt es so oder so dazu, dass man Spiele spielt, die man jetzt nicht auf dem Radar hatte. Da habe ich einige coole Sachen entdeckt. Und ansonsten, Problem einer Board Game Bubble, also weißt du, was damit gemeint sein soll? Naja, dass man sozusagen zu tief irgendwie drinsteckt und sich sozusagen nur über die Sachen informiert, die einen eh interessieren und man gar nicht mehr den Blick sozusagen für das große Ganze irgendwie bekommt. Ich glaube, er sagt auch, dass das gar nicht, wir sind glaube ich eh recht breit aufgestellt, würde ich sagen, also auch wenn es so um Informationen geht irgendwie, ich gucke auf YouTube irgendwie viel mehr andere Kanäle als Brettspielkanäle, ehrlich gesagt, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, irgendwie mit den Spielegeschmack bestätigen, also wenn es darum geht, mir Spiele zu kaufen, habe ich mittlerweile irgendwie ein relativ gutes Gefühl, was mich interessiert und was mir auch gefallen könnte, aber wie gesagt eben auch das Glück, dass ich mit wahnsinnig vielen Gruppen Spiele und die Leute kaufen ja auch selber Spiele und oder organisieren die und es kommt immer wieder Sachen auf den Tisch, wo ich sage, ah, hätte mich jetzt erst nicht so gereizt, aber lass doch mal probieren und dann ist man vielleicht positiv überrascht oder man wird halt auch bestätigt, also ich kriege wahnsinnig viele Spiele auch gespielt, die ich jetzt selber so nicht auf dem Schirm hatte und das ergibt sich dann aber einfach auch so. Ja, also wir haben keine bewusste Strategie, also wir haben keine bewusste Strategie, außer nur, dass wir offen sind, auf alles mal auszuprobieren. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Gut, nächste Frage. Wollte fragen, wie oft ihr ein Spiel spielt, beziehungsweise es für euch heißt, ein Spiel oft zu spielen, also eher so fünf bis zehn Mal oder bis man es durchgespielt hat oder eher öfter? Das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage, weil die Frage ist, was ist damit impliziert? Also spielen wir das deswegen oft, weil es uns so gut gefällt? Dann würde ich sogar sagen, ist fünf bis zehn Mal gar nichts. Also da gibt es Spiele, die habe ich 30, 40, 50 Mal gespielt oder spielen wir, ist die Frage gemeint, was bedeutet oft für uns, damit wir uns irgendwie ein gutes Urteil über dieses Spiel erlauben? Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es bei mir sehr, sehr individuell. Ich finde, es gibt Spiele, wenn ich die einmal gespielt habe, kann ich mir ein super Bild darüber machen, was das Spiel kann und was es nicht kann. Da brauche ich gar nicht irgendwie mehr. Und wenn mir das nicht gefällt, dann spiele ich es auch nicht unbedingt nochmal. Und dann gibt es wieder andere Spiele, da merke ich schon bei der ersten oder zweiten Partie, boah, da steckt so viel Tiefe drin, um da richtig irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, muss ich das vielleicht zehn oder 15 Mal spielen mit verschiedenen Fraktionen und Szenarien und so. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell abhängig vom Spiel, wo ich sagen würde, ich habe das jetzt genug gespielt, um mir eine fundierte Meinung zu bilden. Und manchmal muss man das, finde ich, auch gar nicht. Also du hast es ja vorhin schon gesagt, bei uns ist immer wichtig, wenn wir über Spiele sprechen, dass wir relativ transparent damit umgehen, auf welchen Erfahrungen basiert unser Urteil jetzt. Und wie bei Dominant Species gibt es dann bestimmt auch einige Leute, die dann irgendwie sagen, ja, aber Moment mal, und ihr solltet das nochmal spielen. Und dann nehmen wir das ja auch gerne auf und sagen, ah cool, vielleicht sollte man nochmal irgendwie reinschauen oder nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss eine bestimmte Marke irgendwie erreichen, damit ich für mich sagen kann, so, jetzt habe ich es aber irgendwie genug gespielt, das kann ich darüber reden. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, an der Stelle zu betonen oder klarzumachen, was für eine Art Kanal wir sind. Also wir verstehen uns nicht als reiner Rezensionskanal, dem es wichtig ist, jedes Spiel fünf bis zehnmal zu spielen, um ein ultrafundiertes Urteil dazu abgeben zu können. Wir haben, glaube ich, ganz bewusst den Titel, die besten Brettspiele. Wir haben einfach Bock auf Brettspiele. Es gibt viele, die gefallen uns sehr gut, über die wollen wir vor allem reden. Und wir wollen natürlich auch darüber reden, wenn uns etwas nicht so gut gefallen ist. Und da ist uns wichtig, klarzumachen, es war ein erster Druck. Es war eine Situation mit sechs Leuten, wo sich ein Dominant Species nicht so cool angefühlt hat an der Stelle. Und ja, das ist das, warum wir diesen Kanal machen. Also wir wollen nicht, glaube ich, jedes Spiel x-mal spielen, nur um vielleicht in der sechsten Partie festzustellen, ach, eigentlich ist das doch ganz gut, weil das wollt ihr ja auch nicht. Also wenn ihr ein Spiel auf den Tisch bringt, dann wollt ihr doch auch, dass euch das möglichst viel glückliche Zeit bringt. Und das wollt ihr nicht, indem ihr es fünfmal spielt und dann feststellt, ach, war doch ganz cool. Und so, glaube ich, ticken wir auch einfach an der Stelle. Und das ist, was ihr, glaube ich, vom Kanal erwarten könnt. Ja, das ist tatsächlich so, dass das halt unsere Leidenschaft ist, Brettspiele. Und wir machen das eben halt auch in Videoform und lassen alle daran teilhaben. Und ich würde das auch nicht ändern wollen. Und das führt mich auch passend perfekt eigentlich wirklich zur nächsten Frage. Nervt es euch manchmal, dass ihr für euren Kanal Content erstellen müsst und dadurch nicht dazu kommt, ein Spiel wirklich in der Tiefe zu beackern? Ah, okay. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also fast nie das Gefühl, dass ich Content für irgendwas erstellen muss. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir uns immer austauschen, worauf haben wir Bock? Und ohne Schmarrn, der Zettel an Ideen, was wir gerne machen würden, der ist so unfassbar lang. Und das sind alles Sachen, auf die wir richtig Bock haben, wo eigentlich eher nur die Zeit fehlt, dass wir es umsetzen können. Und also es kommt eigentlich nie vor, dass es heißt, oh Gott, ich muss jetzt dieses Spiel, was mir überhaupt nicht gefällt, das muss ich jetzt spielen, damit ich dafür ein Video drehen kann. Also das, wie du schon sagst, das ist halt nicht der Kanal, den wir irgendwie machen. Und von daher, ich bin auch heilfroh drum, dass das so ist, weil ich könnte nicht mit so einer Leidenschaft und Motivation das machen, wenn ich eine To-Do-Liste hätte mit Sachen, die ich abarbeiten müsste. Da würde mir sehr, sehr schnell die Lust dran vergehen. Das Ideenbuch ist auf jeden Fall so voll, sonst würde nie langweilig werden, selbst wenn wir beide Fulltime nur für den Kanal arbeiten würden. Da ist noch einiges, was wir gerne machen würden, was zeitlich einfach nicht klappt. Ja, und da kommen wir vielleicht bei einer weiteren Frage noch dazu. Christoph, wie behaltet ihr eigentlich den Überblick, welche Spiele ihr habt, beziehungsweise schon gespielt habt? Nutzt ihr dafür eine App eventuell? Ja, BGStats ist ja sehr beliebt, die habe ich mir auch gekauft. Ich finde die UX nicht so gut, deswegen mache ich einfach immer ein Foto davon, sammle die in ein Google Fotos Album und merke mir darüber, was ich einfach gespielt habe. Mir ist die Häufigkeit egal, mir sind die Punkte egal, mir ist auch egal, mit wem ich gespielt habe. Ich will einfach nur nicht vergessen, was ich gespielt habe. Ja, das ist bei mir genau anders. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, also bis heute in ganz wenigen Ausnahmefällen, ob ich ein Spiel schon gespielt habe oder nicht und auch welche ich besitze oder nicht. Ich tracke tatsächlich auch sehr gerne, mit wem ich was gespielt habe, weil wenn da wieder mal Freunde zu Gast sind und wir schon länger nicht gespielt haben, dann weiß ich schon, was wir schon gespielt haben und erinnere mich dann eher daran, was denen gefallen hat oder nicht gefallen hat. Also deswegen nutze ich dann eher so eine App. Aber ich kann mir Gott sei Dank noch merken, was ich schon gespielt habe. Ja, ich kann mir das meistens auch merken. Also wenn mich jemand fragt, hast du das gespielt, weiß ich es immer noch. Ich weiß auch zu 99 Prozent, was im Regal überall steht. Aber wenn es heißt, was hast eigentlich letzten Monat gespielt, da muss ich nachgucken. Ja gut, also dass man dann die Feingliederung hat, das geht mir dann auch so. Es kommen ja auch gelegentlich neue Spiele in der gleichen Kategorie und von den gleichen Autoren raus. Löst das neue Spiel den Vorgänger ab oder kommen die älteren Spiele trotzdem noch auf den Tisch. Kann passieren, muss aber nicht. Ich bin gerade hin und her gerissen, ob ich beide Nemesis-Versionen brauche. Ich weiß es noch nicht. Also bei der Frage, ich habe ja gar keine Nemesis-Version bisher, da würde ich mir auch fragen, ob man beide braucht. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen leid. Es gibt so eine Formulierung, dass Leute irgendwie, wenn ein neues Spiel rauskommt, sagen, das ist das neue Seven Wonders, das ist das neue Anak, wo ich mir denke, das ist jetzt gerade drei Tage auf dem Markt, das ist noch lange nicht das neue Anak und es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten irgendwie, um dieses Spiele-Genre zu bedienen. Bei mir gibt es ganz, ganz viele Spiele, die ich vor acht Jahren, zehn Jahren entdeckt habe, wie die Burgen von Burgund oder so, die heute noch auf den Tisch kommen. Aber es gibt auch manchmal tatsächlich die Sache, dass ein neues Spiel ein altes irgendwie ablöst, weil ich irgendwie mit dem alten gerade irgendeine Schwäche gehabt oder so, wo ich dachte, ah, ich würde es häufiger spielen, wenn das nicht wäre und dann gibt es halt ein anderes Spiel, das macht es irgendwie besser. Aber es ist bei mir nicht ein komplettes Durchrotieren, dass irgendwie mein Regal irgendwas sich ständig erneuert und geupgradet wird oder so. Mir passiert das auch, wenn wir manchmal in gewissen Folgen oder Top-Listen über alte Spiele reden, dass ich denke, da hätte ich jetzt auch irgendwie nochmal Bock drauf. Gut, kommen wir weiter. Oh, das ist super. Was sind für euch No-Gos bei Brettspielen? Vom Verlag über das Spiel selbst bis hin zu den Mitspielenden. Darf ich anfangen? Gerne. Das finde ich super. Also bei Verlagen muss ich ganz ehrlich sagen, ein No-Go ist für mich eigentlich nur schlechter Kundenservice. Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwelche Teile fehlen oder ich brauche irgendeine Information und ich stoße da irgendwie auf taube Ohren, das finde ich ehrlich gesagt nicht besonders schön. Bei Spielen selber muss ich sagen, außer es sind kurze Spiele, finde ich Player Elimination total furchtbar. Also wenn Leute nicht an dem Spiel dann mehr teilnehmen können, also ein paar so andere veraltete Mechanismen wie Roll and Move und so, das ist einfach nicht so mein Ding und bei Mitspielern gibt es eigentlich nur ein absolutes No-Go und das hatte ich eigentlich so gut wie nie, wenn Leute tatsächlich am Spieltisch schummeln und das nicht irgendwie aushalten, sich an die Regeln zu halten und dann versuchen sich irgendwie den Sieg zu erschleichen. Mit allen anderen Sachen wie Alpha-Player-Problemen oder wenn Leute irgendwie lange nachdenken müssen oder so, komme ich dann irgendwie schon klar. Das kann zwar manchmal nerven, aber das würde ich nicht als No-Go bezeichnen. Ja, also ich hatte auch schon mal einen, ich bin halt einer, ich bin nicht mehr der pünktlichste und dann saß ich immer an dem Tisch von jemandem, mit dem keiner spielen wollte und der war wirklich so unangenehm, anstrengend, dass ich dann auch da nicht mehr hingegangen bin. Und wegen Verlagen, also was mich zusätzlich auch noch nervt ist, wenn die eine schlechte Arbeit machen, was die redaktionelle Bearbeitung angeht, auch bei Regelheften und so weiter. Oh ja. Also wenn du quasi manchmal das Gefühl hast, hätte ich über das Englische gekauft, dann hätte ich jetzt nicht so viel Fehler drin oder denen sind dann auch irgendwelche Fehldrucke egal oder was weiß ich was. Naja. Ja, ich stimme dir absolut zu und als hättest du es geahnt, die nächste Frage, habt ihr einen besonderen Weg für Regelerklärungen, entsprechende Anleitungen, nur den größten Teil oder wie geht ihr da irgendwie rum und wie fuchst ihr euch durch neue Spielanleitungen, fragt auch jemand anderes. Das ist tatsächlich was, ich habe das Gefühl, dass ich das mittlerweile ganz gut mache, dass ich Spiele erklären kann. Das ist ja auch einfach eine Übungssache und ich habe mir da schon viele Gedanken drüber gemacht. Was macht denn eine gute Regelerklärung aus? Also was finde ich auch ansprechend für andere Leute mir ein Spiel erklären? Und ich kann jetzt schon mal irgendwie spoilern, ich werde dazu ein Video machen. Also nicht nur zu dem Thema, sondern generell ein bisschen so zu grundlegenden Sachen, die für unser Brettspielhobby ganz interessant sind, weil das kann man jetzt nicht in einer Minute, glaube ich, zusammenfassen. Da kann man auch mal eine Viertelstunde drüber reden. Da gibt es wirklich viele Tipps und Tricks. Ich weiß, Mirko und Silke von Würfel und Zucker, die ja echt viele Spiele erklären, die haben da auch mal was zu verfasst. Ich weiß nicht, ob sie es selber im Kanal hatten oder ob es irgendwo als Podcast zu Gast waren. Ich habe nur noch in den Ohren, wie sie mir da wieder ein paar Sachen gedroppt worden sind. Ich dachte, ja, 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 macht alles Sinn. Vielleicht kannst du ja deren Input auch nochmal mit reinnehmen, wenn du das Video machst. Ja, es gibt auch ein paar englischsprachige YouTuber, die auch coole Videos dazu gemacht haben. Jeder hat ja so seinen individuellen Take, aber es gibt so ein paar Sachen, finde ich, die kann man sich aus Grundregeln ganz gut merken. Ja, was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn Leute loslegen, also, du kannst halt das machen oder dies machen und dann das machst, machst du das. Ich so, ey, Moment, Schritt zurück. Worum geht es hier eigentlich? Was für ein Art Spiel ist das? Ruhm ich mal ab. Ich sage, ohne Schmarrn, öffentlicher Spieletreff, fünf Personen, zwei Leute kommen zum ersten Mal dazu, setzen sich noch dazu. Wir spielen Terraforming Maß, eine Person, die ich auch nicht kannte, erklärt die Regeln. Wie gesagt, zwei Leute dabei, die noch nie Brettspiele gespielt haben und der erste Satz ist, also, es gibt die blauen Karten, wenn ihr die ausspielt, dann legt ihr die da hin und da gibt es die grünen Karten und ich schaue die Leute an und denke mir so, äh, Moment mal, das ist ja so, als ob wir zehn Minuten Zeit übersprungen hätten. Und dann meinte ich so, ey, kannst du vielleicht mal zurückrudern und mal sagen, um was es bei dem Spiel geht? Und dann guckt er so hoch, naja, um Siegpunkte halt. Und ich so, ja, das ist aber nicht so offensichtlich so intuitiv, was man da irgendwie machen muss, aber es ist für viele Leute nicht intuitiv. Also, da wird ein Video dazugeben. Mega gut. So, wie fuchsen wir uns durch Anleitungen? Ich hab mittlerweile gemerkt, dass die Anleitung selber lesen gar nicht so dumm ist. Also, ein Regelvideo hilft manchmal für den Überblick und die Anleitung lesen muss ich auf jeden Fall auch. Und was ich merke, merke ist, ich kann's mir nur merken, wenn ich selber es mir durch Spielen verinnerlicht habe. Ich kann mir Regeln sehr schlecht merken, wenn sie mir erklärt worden sind. Dann kann ich sie hinterher nicht jemandem anderen nochmal gut wiedergeben. Also, sagen wir mal typisches Kennerspiel, ne? Also, irgendwelche Pisse einfachen Party oder Familienspiele, okay, das geht noch. Aber das Niveau drüber merke ich, ich muss es mir selbst erarbeitet haben, um sie mir länger merken zu können, um sie gut erklären zu können. Und, ähm, Regeln lesen hilft in vielen Fällen dann doch mehr, als sich nur ein Video anzugucken. Ja, würde ich dir zustimmen. Nächste Frage. Christoph, was ist dein liebster Spielmechanismus? Engine Building. Nächste. Ja, würde ich unterschreiben. Ich mag Variable Pair Pause auch sehr gerne und Worker Placement. Ähm, hier hat auch jemand gefragt, irgendwie, wir sollen verschiedene, ähm, Mechanismen ranken, von 1 bis 10, wie gut uns das dir gefallen hat. Das darfst du jetzt mal machen. Also, Worker Placement, von 1 ganz schlecht bis 10 besonders gut. Finde ich ganz gut. Du musst eine Zahl sagen. Ja, 7, 8 so. 7, 7 oder 8? 7. 7. Tetris Mechanismus, Plättchen legen. Ja, so 6. Ja, bin ich auch dabei. Deck Building. Ähm, finde ich ganz gut, aber, äh, ein, ich finde viele Deck Bilder gefallen mir nicht, weil sie mir zu lahm losgehen. Dieses, am Anfang sind sie super schlecht, du musst super viel Zeit investieren in ein, ein Deck aufbauen und dann wird's erst so, ab der Mitte des Spiels wird's dann cool. Und das, finde ich, sollte man rauskannen. Also, Deck Builder müssen viel flotter sein, viel direkt stärker losgehen und so weiter. Also, äh, Deck Building an sich, finde ich ganz gut, wenn es gut gemacht ist. Also, eine 7? Na, kommt drauf an. Ähm, und Area Control. Ja, obwohl Blood Rage ich großartig finde, ist grundsätzlich nicht immer Area Control einer meiner liebsten Mechanismen. Also, eher vielleicht so 5 bis 6. Ja, es geht mir leider auch so. Ich könnte dir 5 Spiele nennen mit Area Control, die ich wirklich fantastisch finde, aber grundsätzlich ist das nicht so meins tatsächlich. Ähm, für welches Spiel darf man euch mitten in der Nacht wecken? Aktuell gar nichts. Ich habe Schlafmangel am laufenden Band. Bitte weck mich nicht für Spiele nachts. Also, ich muss auch sagen, irgendwie, das hängt wirklich sehr von der Situation ab. Wenn ich am nächsten Tag irgendwie wirklich viel vorhabe, würde ich auch nicht geweckt werden. Aber halt so die üblichen Sachen. Also, äh, ich hätte, ich könnte es auch sagen, wie Robin, so ein Kruse oder Everdell, aber die dauern ja auch so lange zum Aufbauen. Also, wenn jemand anderes das alles übernimmt und ich muss nur mitspielen, dann kann man mich auch nachts dafür aufwecken. Ansonsten halt so was wie Times Up. Das geht immer. Da wird man auch dann gleich wach irgendwie. Also, vielleicht nicht irgendwie mitten in der Nacht wecken, sondern so um sechs. Ich glaube, die Frage ist auch eher gedacht wie, wir haben einen Spieletag. Bei welchem Spiel sagst du auf jeden Fall ja? Ja. Dann ist es halt so was wie Times Up, da sage ich eigentlich nie nein, tatsächlich, weil das auch immer so eine gute Stimmung macht. Oh, die nächste Frage, ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir auch mal ein eigenes Video zu machen. Das ist so umfangreich. Mich würde interessieren, wann ist das Spiel für euch ein gutes Spiel? Und dann kommt auch ein ganz langer Absatz, wo der Person auch selber klar ist, okay, das ist sehr allgemein gemeint, aber wo es halt darum geht, auch ob man Spiele, die Schwächen haben, trotzdem gut finden kann und was ist dann genau der Grund dafür und so. Ich weiß nicht, ob das... Ich habe eine ganz leichte Antwort. Ja? Wenn es knistert. Oh, nice. So lassen wir das jetzt stehen und vielleicht machen wir mal was Ausführlicheres drüber. Ich finde das ein total spannendes Thema, aber das sprengt irgendwie ein bisschen den Rahmen, glaube ich. Oh, das ist super. Ist schon mal bei einem Spiel ausgerastet oder das beobachten können? Nee, aber mir ist es mal passiert, dass mir das Spiel so dermaßen wenig Spaß gemacht hat, dass meine Laune so in den Keller gegangen ist, dass ich quasi die gesamte Stimmung am Tisch runtergezogen habe. Das tut mir auch leid. Es war damals Machi Koro. Das haben wir lustigerweise auf der Arbeit am Anfang. Wir haben es häufiger gespielt. Am Anfang fand ich es noch ganz witzig und irgendwann ist mir das Spiel so dermaßen auf den Sack gegangen, dass ich immer nur noch genervt war, wenn wir das gespielt haben. Und irgendwann war so eine Partie, das war echt nur frustrierend. und es tut mir heute immer noch leid, aber den Spielabend habe ich ein bisschen versaut. Also ich habe mir nachsagen lassen, man würde es mir auch anmerken, wenn ich ein Spiel nicht gut finde. Aber ich bin ehrlich gesagt noch nie richtig ausgerastet. Ich würde immer gerne mal so ein Table Flip machen, aber ich bin dann, glaube ich, doch zu höflich, um das irgendwie bei anderen Leuten zu machen. Ich glaube, du kochst innerlich, wenn es dir einfach zu lange dauert, weil die Downtime von einzelnen Leuten zu krass ist oder manche mit Paralyse, Paralyse da sitzen. Und ich glaube, dann brodelst du innerlich ordentlich. Ja, das ist tatsächlich so. Und da muss ich auch ein bisschen an mir selber arbeiten, weil ich teilweise auch irgendwie zu, zu schnell, glaube ich, irgendwie dann davon genervt bin, dass es mir zu lange dauert. Weil manche Spiele brauchen auch ein bisschen, dass man sich da auch reinfuchsen kann. Dann wieder zwei Fragen kombiniert. Wie sieht es bei euch im Spieleschrank oder Spielezimmer aus? Und ich nehme schon mal vorweg, wird es mal eine Roomtour geben? Vielleicht. Also ich bin ja Anfang des Jahres hier umgezogen. Ich habe mitbekommen, mit zwei Kindern geht gar nichts. Das ist die einzige schöne Seite von dem ganzen Keller hier. Wenn der Rest fertig ist, machen wir vielleicht mal eine Roomtour. Also ich glaube, bei mir wird eine Roomtour nicht so spannend, weil ich habe kein Spielezimmer. Ich habe noch nicht mal einen Rettspieltisch, sondern das ist halt alles irgendwie so verteilt irgendwie in der Wohnung. Und natürlich kann ich irgendwie ein schönes Regal zeigen, wo die ganzen Lacerda-Spiele und so drin sind. Aber es ist so eine richtig geile Roomtour kann ich nicht machen. Da brauche ich erstmal den Room dazu. Vielleicht kommt der mal irgendwann noch. Eine sehr spannende Frage. Wann wird das Hobbybrett spielen zum Problem oder zur Sucht? Geld, Zeit, Platz und so weiter. Das sind alles, finde ich, sehr, sehr gute oder spannende Faktoren. Ich glaube, zum Problem und zur Sucht wird es dann, wenn tatsächlich irgendwo ein Leidensdruck entsteht. Also wenn jemand sich tatsächlich irgendwie finanziell vorausgibt und mehr Geld ausgibt, als er hat oder wenn er zu viel Zeit in ein Hobby, das muss ja nicht nur Brettspiele sein, steckt und andere Sachen wie Beruf, Familie und so weiter vernachlässigt, dann ist es ein Problem. Also wenn man selber drunter leidet oder die Familie und die Umstehenden, dann ist es eine Sucht oder ein Problem. Und ansonsten würde ich sagen, kann jeder machen, was er will. Ja, ich glaube auch, eine schwierige Frage war, also eigentlich eine leichte Frage, weil du kannst Brettspiele streichen, du guckst dir an, wann ist Sucht, Sucht, egal welche Sucht und dann guckst du, ob es für dich zutrifft oder nicht. Ja, da gibt es Fragebögen, validierte Fragebögen, die man ausfüllen kann. Dann kann man schauen, ob man süchtig ist. Ähm, was passiert mit den Spielen, die wieder auswandern müssen? Verkauft ihr die, verschenkt ihr die oder tauscht ihr auch alte Spiele? Auswandern. Ich dachte immer, die Formulierung ist ausziehen. Dieses Spiel zieht aus, aber dass es auswandert, ist schon eine Nummer extra irgendwie. Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe es eben beantwortet. Alles, was Rätiexemplare sind, wird verschenkt und alles, was selbst gekauft ist, wird wieder verkauft oder auch mal gespendet. Und, ähm, da ist immer gerne die Frage, wo macht man das? Die, äh, Facebook-Gruppe Brettspielflohmarkt klappt ganz gut. Wir haben aber auch, ähm, private Kreise, sag ich mal, ne? Also in den eigenen Runden, auch bei unseren Supporter oder so, da gibt es eine Brettspielflohmarkt-Gruppe. Da geht, also, eigentlich geht es über den Weg immer weg. Und wenn das nicht funktioniert, äh, eBay-Kleinanzeigen geht auch noch ganz gut. Ja, das war's. Ja, also bei mir wandern auch sehr, sehr viele Spiele wieder aus. Ähm, es ist oft ein, ein gutes Durchrotieren, gerade bei Sachen, die ich nicht wirklich unbedingt hier brauche. Ich bin auch mehr am Verschenken als am Verkaufen. Mir ist das tatsächlich mit Verkaufen oft auch zu aufwendig. Also dann irgendwo irgendwelche Anzeigen aufzusetzen und dann zu gucken, was da kommt und dann das verschicken. Wenn dann jemand am Spieleabend da ist und sagt, boah, das hat mega Spaß gemacht und ich denke mir, ja, so toll fand ich's gar nicht, dann packe ich das ein und sag, nimm's mit. Äh, dann hat's irgendwie einen neuen Besitzer irgendwie gefunden, der sich mehr drüber freut. Ja. Das ist für mich dann einfacher. Ja. Und da ich, äh, immer genervt bin von Pakete verschicken, also bei unseren Unterstützerwochenenden, ähm, hab ich einfach vier Kisten mitgenommen. Da gab's halt fürs Challengers-Turnier gab's halt ordentlich fette Preise für die ersten Leute da. Äh, da ist jeder mit einer großen Box nach Hause gegangen einfach. Nice. Wir schließen wieder den Kreis zum Anfang. Was sind die zehn liebsten Spiele eurer Frauen und die zehn liebsten Spiele von Thomas' Kindern? Soll ich mal anfangen? Also ich hab meine Frau natürlich im Vorfeld gefragt und sie meinte irgendwie, die Burgen von Burgund, Ultimate Railroads, Lords of Waterdeep, Seven Wonders, Pandemic Legacy, auch da hatten wir tolle Stunden mit, Blood Rage, King of Tokio, hoho, äh, Times Up, Kitchen Rush und Great Western Trail, äh, die hat sie irgendwie genannt. Und, äh, meine Kinder hab ich auch gefragt, da kamen solche Sachen wie Skippo, können Schweine fliegen, Team 3, das verrückte Labyrinth, Azul, die verbotene Insel, Harry Potter-Kampf im Hogwarts, das ist natürlich momentan das absolute Ding, und die verlorenen Ruinen von Arnak. Also das, aber das hat jetzt Stand heute, das kann sich natürlich irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren auch wieder ändern. Ja, ich bin natürlich nicht vorbereitet und denke mir, das würde ich gerne noch in der Hinterhand halten für ein ganz besonderes Special irgendwann. Nice! Ich sehe schon, sie hat jetzt Feuer gefangen, das finde ich großartig. Also mich würde das auch total interessieren, ehrlich gesagt. Ja. Ich fand's sehr spannend, im Nachhinein war sie doch interessiert, wie das Video so ankommt, also, äh, wie viel Aufrufe, also, ne, wie, 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 wie schlägt es sich gegenüber den anderen Videos, was schreiben die Leute so, und sie meinte, sie könnte jetzt mehr verstehen, was die Faszination dahinter ist, halt Videos zu machen zum Thema Brettspiele. Ja. Ah, ich, ich freue mich, ich finde das voll cool, mir hat das Video auch extrem gut gefallen. Ähm, meine Frage, also nicht meine Frage, sondern die Frage von der Person, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber mich würde interessieren, wie steht ihr zum Thema Essen und Snacken beim Spielen? Ähm, wenn das bei mir ist oder ich zu Gast bin, nehme ich bewusst nichts Fettiges mit, also nichts salzig Fettiges, was die Finger da irgendwie, äh, was das Spiel gefährden könnte. Meine Frau hat es auch mal geschafft, eine komplette Teetasse über ein Spiel zu kippen, ist einfach umgekippt, und dann haben wir erst mal nicht gespielt und ich war mit Föden beschäftigt. Ähm, ich muss aber sagen, äh, bei vielen Spielen ist es mir auch egal, also, wenn es dann heißt, ach komm, Nicknacks, ja, futter ich die halt, dann legt jeder sich die Finger ab, naja, was soll's. Also, wenn ein Spiel irgendwann durchgejuckt ist, kann man hinterher immer noch sleeven, also dann, es fühlt sich immer wieder noch gut an. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so, so wild da hinterher. Ähm, meistens aber, wenn es was zu Snacken gibt, dann ist es Obst oder Schoki, halt irgendwas, was hoffentlich nicht, äh, das Spiel zerstört. Ja, geht mir auch so. Also, wir essen oft auch vorher, irgendwie feudal, bevor wir als Spielen gehen, dann haben wir jetzt auch gar nicht so den Hunger und Snacks sind bei uns auch immer da. Und ich bin da eigentlich auch relativ laissez-faire, außer es ist jetzt irgendwie eine super-duper-Collectors-Edition von irgendwas, oder jemand greift wirklich mit feuchten Fingern in so eine Chips-Tüte und will dann irgendwas anlangen, dann sag ich auch so, holla, vielleicht mal kurz die Hände abputzen. Aber ansonsten bin ich da auch einigermaßen gechillt. Christoph, lieber mehr Grundspiele oder insgesamt weniger Spiele, aber dafür mehr Erweiterungen? Ja. Also, grundsätzlich bin ich eher ein Vanilla-Spieler, sag ich mal, also lieber eher Grundspiel. Ich muss für den Großteil meiner Spiele keine Erweiterung haben, aber so ein Twilight Imperium oder ein Star Wars Rebellion, die haben die Erweiterung natürlich dabei und Blood Rage hat natürlich auch die Erweiterung dabei. Also für die echten Top-Titel gerne die Erweiterung, aber für den Rest reicht völlig die Basis-Version. Ja, ich würde vor allem auch sagen, wenn es gerade um so Kickstarter und so weiter geht oder es gibt schon sehr viel, ich bin einer von den Leuten, die lieber sagen, erstmal nur das Grundspiel und probieren und wenn mir das dann gefällt, dann kann ich irgendwie immer noch weiter einsteigen, weil bei den meisten Fällen braucht man es tatsächlich nicht. Ja, also nicht immer dieses FOMO durchklingen lassen und erstmal sich alles holen, weil man könnte es ja eventuell mal brauchen. Da bin ich Gott sei Dank irgendwie schon drüber hinweg. Die nächste Frage ist auch sehr interessant, bewahrt ihr Erweiterungsschachteln auf? Da kann ich ja schon mal sagen, also es ist ein zweistufiger Prozess. Ich versuche quasi, wenn ich weiß, dass ich das Spiel behalten will, immer alles irgendwie in die Grundbox zu packen, weil das besser zum Aufbauen ist und weil ich Platz spare. Ich bin aber meistens nicht dann so schnell, dass ich die Sachen gleich wegschmeiße. Die lagern dann meistens immer irgendwo, bis meine Frau dann sagt so, hey, hier sind 30 Boxen, kann wir die mal bitte wegtun? Und dann kommen sie doch irgendwann in den Müll. Also ich versuche tatsächlich das Platzsparen zu machen. Ja, also bei Spielen, wo ich weiß, die werden Indie verkauft, Platz sparen. Wobei, ehrlich gesagt, bei Star Wars Rebellion passt die Erweiterung mit in die Box rein. Also es ist dann nur eine Box, aber die kleine Box lebt noch damit drin. Und bei anderen Spielen, wo man sagt, ja, ich probiere es mal aus mit der Erweiterung, dann gibt es die noch. Aber wenn es das Potenzial gibt, dass es verkauft wird, dann behalte ich die Box, weil man das tendenziell dann besser wieder los wird. Die Frage ist super. Thomas, warum hast du fast den gleichen Brettspielgeschmack wie ich? Das ist echt teuer. Also ich finde es ja total schön, irgendwie, also egal, ob man jetzt den gleichen Geschmack hat wie wir oder nicht den gleichen Geschmack. Ich finde es immer sehr gut, wenn man das an Leuten, die YouTube machen oder Podcast oder wie auch immer, sich so ein bisschen widerspiegeln kann, weil das natürlich total hilfreich ist. Wenn ich weiß, oh, dem Christoph gefällt es, dann ist es auch was für mich oder vielleicht dem Dennis gefällt es, dann lasse ich mal lieber die Finger davon. Das ist sehr hilfreich und das schmeichelt mir natürlich sehr. Ich kann ja versuchen, ein wenig leidenschaftsloser über die Spiele zu sprechen in Zukunft. Nächste Frage. Ich freue mich für euch. Oh, das ist sehr, Dankeschön. Und ich würde gerne wissen, ob ihr Pen-and-Paper-Rollenspiele spielt oder gespielt habt. Nie richtig. In meiner Jugend, so 15, 14, 15, 16, um den Dreh, wo das Star-Wars-Fieber ganz groß war, hatte ich mal ein paar Bücher von diesem Star-Wars-Rollenspiel. Ich weiß nicht, keine Ahnung, welches es heißt. Es gibt da wahrscheinlich nur ein wesentliches. Das haben wir in der Drei-Jungs-Runde mal ausprobiert. Ich kann euch sagen, das war nicht so richtig, wie man das wirklich spielt. Also ich habe tatsächlich, leider bin ich keins von den Stranger Things Kindern, die in den 80ern schon irgendwie in Kindertagen Rollenspiele gespielt haben. Ich habe diverse Sachen ausprobiert. Dungeons & Dragons und ein Star-Wars-Rollenspiel und ein Cthulhu-Rollenspiel. Ich habe mit dem Sven auch jemanden da, der das auch richtig gut kann, der ein supergeiler Dungeon Master ist und sich da also völlig eskaliert mit Musik und Soundtracks und Kerzen und Background-Story und was weiß ich was. Aber dass da mal wirklich so eine Runde wöchentlich oder zweiböchentlich für eine längere Zeit übers Laufen gekommen ist, wo man auch wirklich dann seinen Charakter über ein Jahr entwickelt, das hatte ich leider ehrlich gesagt auch noch nie. Es ist einfach ein Zeitproblem. Also ich kriege das nicht unter. Das ist fast nur mein Hobby im Hobby, dass ich das so intensiv machen könnte, dass man das wirklich rauszieht, was das eigentlich auch alles für Benefits mit sich bringen würde. Ja, das ist so ein Zeitproblem. Und das ist eins dieser Themen, wo ich ein bisschen ertraurig bin im Nachhinein, dass ich in meiner Jugend viel zu viel Videospiele gespielt habe und nicht schon früher dieses Hobby entdeckt habe oder auch Rollenspiel oder sowas in der Richtung. Weil prinzipiell bin ich interessiert. Mein Bruder ist gerade in dieses Thema eingetaucht. Der hat irgendwie seine Clique da ein bisschen aktiviert, macht den Dungeon Master und die fuchsen sich da rein. Vielleicht habe ich da mal die Chance. Oder beim nächsten Unterstützerwochenende. Vielleicht ist der Sven wieder am Start und macht da mal so einen One-Shot. Welche Settings würdet ihr euch am meisten für zukünftige Brettspiele wünschen? Vielleicht mal wieder zurück zum Mars? Nee. Ich finde gerade cool, dass es mehr Sci-Fi-Spiele gibt. Gefühlt letzter Jahrgang Sci-Fi wieder ein Thema. Finde ich immer voll meins. Ansonsten wundert es mich, dass es nicht mehr von diesen Robinson Crusoe-ähnlichen Abenteuerspielen gibt. Also so Survival, irgendwie so King Kong-mäßig, irgendein Trupp, der im Dschungel unterwegs ist oder sowas halt. So diese Abenteuerspiele. Tomb Raider, Indiana Jones-mäßig. Also das wundert mich, dass da nicht mehr auf dieser Schiene gefahren wird. Ja, da würde man mir hier Eulen nach Athen tragen. Da bin ich auch immer mit dabei. Ich muss aber auch sagen, ich mag es auch gerne mal einfach Settings zu erleben, die es halt noch nicht in Brettspielen gab. Also so Fantasy, Science-Fiction, Abenteuer ist natürlich super. Cthulhu. Aber mich spricht es auch immer an, wenn es was völlig abgefahren ist. Es ist wie Obsession jetzt letztens. Oder so ein La Serra-Spiel in der Galerie, wo ich mir denke, so cool, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Und wenn das Thema irgendwie gut aufgreift, dann bin ich halt irgendwie auch gleich neugierig. Das ist halt nichts unbedingt für die große, breite Masse wahrscheinlich. Ja, aber wenn man halt schon so oft gespielt hat wie wir, dann reizt einen halt auch immer das, was man halt noch nicht gesehen hat und kennt. Spannend auch die Frage im Anschluss. Was glauben wir, wo sich die Brettspiele in Zukunft weiterentwickeln werden? Boah, Glaskugel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden sie grundlegend robuster, also grundlegend durchschnittlich sehr gut. Also es gibt weniger Schrottspiele. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man positiv hervorheben kann. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber scheinbar hat sich das so professionalisiert, auch bei den Autoren und Redaktionen, dass wir eigentlich grundsätzlich fast immer gute Spiele haben. Ja, gebe ich dir recht. Und ich muss sagen, was so Mechanismen angeht, und so lasse ich mich einfach gerne überraschen, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ich hätte nicht mal ansatzweise irgendwie kommen sehen, dass es Escape-Room-Spiele gibt und Legacy-Spiele und Dice-Drafting und was alles da in der Zwischenzeit irgendwie entwickelt worden ist, wo man im Nachhinein sagt, so ja klar, ist das irgendwie ein cooler Mechanismus. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Es wird noch richtig coole Sachen geben. Ich möchte auch nicht in die Glaskugel schauen. Ich lasse mich gerne einfach überraschen. Wenn ihr ein Brettspiel wärt, welches würdet ihr sein? Mega schwer. Ja, also ich habe da vorhin auch schon, als ich die Frage hier rüber kopiert habe, irgendwie mir darüber Gedanken gemacht. Ich finde es gar nicht so einfach. Ich glaube, ich würde sagen, Crazy Word. Mega passend. Also Wortspiele und mit Worten umgehen gefällt mir und auch einfach mal irgendwas Kreatives, Neues draus machen. Ob es dann Sinn ergibt oder nicht, müssen dann andere beurteilen. Ja, bei mir, keine Ahnung. Aber vielleicht können wir die Zuschauer fragen. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Attribute droppen, die für mich passen und dann finden die bestimmt irgendwie passende Spiele. Attribute? Ruhig, strukturiert, intelligent, gut aussehend. Bei dem Spiel wird auf jeden Fall wenig geredet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du bist eher der ruhigere Spieler. Ja, das sind so die Attribute, die mir einfallen. Ich bin mal gespannt, was die Leute sagen werden. Und es muss, glaube ich, schick aussehen. Das ist mir wichtig. Also, dass es stilistisch gut aussieht. Hab ich ja gesagt. Ja. Ähm, oh, waren eure, was, waren, was sind eure Top, Flop, Love, witzigsten, außergewöhnlichsten Brettspielmomente? Das sind aber sehr viele Fragen in einem. Ich sage mal, außergewöhnlichste Brettspielmomente. Ähm, es gab ja wirklich viele, aber im letzten Jahr, ähm, würde ich sagen, also auch ganz viel, äh, so in großen Gruppen, Feed the Kraken, was ich ganz, ganz geil fand, war, als wir auf dem Unterstützerwochenende Two Rooms in der Boom gespielt haben. Da habe ich zum ersten Mal ein Spiel für, wie viel waren wir, 30 Leute oder so, erklärt. Und wir haben in einer Großgruppe in zwei Räumen gespielt. Das fand ich unglaublich faszinierend, wie das, äh, funktioniert hat. Und tatsächlich, Lucky Lucks in den unterschiedlichsten Varianten. Also dieses Jahr in der Tiefgarage und wo wir das überall gespielt haben. Und das war immer geil. Ja. Ich, ich habe auch mal drüber nachgedacht. Ich kann es gar nicht so an bestimmten, Spiel-Sessions festmachen, sondern sind es bei mir wirklich so ganze Runden gewesen oder Wochenenden. Ich weiß noch, dass das ganze erste Unterstützerwochenende total magisch war. Also mit den ersten 25, 30 Leuten, da waren einige Sessions. Also das ganze Wochenende war einfach außergewöhnlich. Ähm, dann ganz besondere Runden auf der Arbeit, ganz besondere Runden mit Freunden, mit, mit, mit Jungs. Und ich könnte ja noch nicht mal 1 zu 1 sagen, welches Spiel es genau waren, sondern einfach nur, es waren einfach tolle Erlebnisse den ganzen Tag über. Und das ist, was sich bei mir so ein bisschen eingebrannt hat. Könnt ihr jetzt wenig mit anfangen, aber, ja. Ja. Mir fällt noch eins ein, weil wir es vorhin hatten, nämlich Pandemic Legacy, also die erste Season, die haben meine Frau und ich auch in zwei Wochen gesuchtet. Und das war besser als jede Netflix-Serie. Ich hab, damals gab's Netflix noch gar nicht oder es war jedenfalls nur ein DVD-Verleih. Aber, aber das war auch etwas ganz, ganz Besonderes. Also es war, da denke ich heute noch dran. Da gab's Momente im Spiel, an die werde ich mich heute noch erinnern. Es war großartig. Das ist auch so eine Session, die wir hatten. Wir haben aber den Fehler gemacht. Wir haben's nicht in einem Drutsch gemacht, sondern es war immer vier Leute, Termin finden. Und dann haben wir auch immer das Problem, nach der Arbeit haben wir eine Session gespielt, alles wieder eingepackt. Und das ist ja so ein Spiel, das lebt davon. Also mal vielleicht zwei, drei Partien hintereinander machst, damit du nicht immer den Auf- und Abbauzeiten wieder hast. Ja, das haben wir nicht so schlecht geschickt gemacht. Bei den nächsten Boxen war das anders. Da hat man sich explizit länger getroffen. Ja, bei mir war's der andersrum. Bei Season 0 haben wir zu viel Zeit verstreichen lassen. Das war dann irgendwie nicht gut. Findest du nicht den Weg zurück? Nee. So, das Nächste haben wir eigentlich teilweise schon beantwortet. Da geht's irgendwie auch darum, wie viel Zeit wir eigentlich so in den Kanal stecken, in den Content stecken. Ich kristallisiere mal hier eine Frage raus, die ich auch sehr spannend fand. Und zwar, wie wir normalerweise ein Video, also ein einzelnes Video angehen. Wie lang dauert das da von der Idee bis zum Hochladen? Wie lang dauert was das Schneiden? Wer macht da was? Das find ich auch noch mal ganz spannend, glaub ich. Ich soll's mal zusammenfassen. Also, du hast ja eben schon angedeutet, es kommt super auf das Video an. Was man vielleicht jetzt als Referenz mal nehmen könnte, ist, weil das so ein konstantes Format ist, so dieses gezockt, gespielt, Kurzfazit, ne? Also, wo wir einfach von Spieleindrücken reden. Die dauern ja ungefähr mal 30 bis 45 Minuten. Das heißt, das ist auch die Aufnahmezeit. Das machen wir meistens an einem Abend zwei, drei von diesen Videos. Und das ist halt bei uns jeweils dann der Aufwand, das Video einfach aufzunehmen. Das dauert dann vielleicht fünf bis zehn Minuten länger in der Aufnahme. Muss aber auch wissen, wir haben vorher den Kram gespielt, also das nehme ich jetzt völlig mal raus. Und man hat sich auch vorher immer mal Gedanken gemacht, ein paar Worte, die man dazu sagen möchte. So, Thomas macht dann noch ein bisschen eigenes Color Grading, weil er da sehr eigen ist, welchen Farbton er da haben möchte. Das lädt er mir dann hoch. Ich lade es runter, setze mich dann einen Abend hin, und schneide es halt zusammen. Das heißt, dieses Video dauert dann noch mal locker zwei Stunden ungefähr in der Nachbearbeitung. Und da ist halt aber auch drin nochmal so eine so eine Zeit von Hochladen, Thumbnail, ähm, die Spiele schreiben wir raus in der kleinen Datenbank, dass wir eine Übersicht darüber haben, welche Videos haben wir, mit welchen Spielen wo drüber geredet. Das heißt, das kann ich super schnell auswerten. Dann, ähm, Thumbnail ist ein Riesenfaktor. Also, auch was da titelt, wenn es sich draufkommt, also zum Beispiel für, ähm, für bestimmte Videos von Thomas, auf vier Wörter, drei, vier Wörter zu kommen, die, ähm, irgendwie neugierig machen, die irgendwie knackig sind und das irgendwie wiedergeben, was da drin passiert, ist super schwierig, dieses, ja, Copywriting nennt man das halt, ne, was schreibt man da auch wirklich auf die Thumbnail und was schreibt man in den Titel. Das hat manchmal fünf bis zehn Iterationen, bis ich den perfekten Hook da gefunden habe. Ähm, das machen wir nicht bei jedem Video, aber bei manchen ist das halt so. Wenn ich ein Regelvideo mache, ist klar, was wir draufschreiben, ne? So, da muss man das nicht finden, aber für manche Videos denkt man sich da schon ein bisschen was aus dem Kopf heraus. Ähm, das heißt, so zwei, drei Stunden gehen am Ende dann noch für so eine Gespielt-Folge drauf, die es einfach in der Nachbearbeitung braucht, bis es dann komplett live ist. Und, ja, das ist so das, was man am konstantesten messen kann und es ist natürlich klar, es gibt viele Videos, die sind aufwendig und es gibt Videos, die sind ein bisschen weniger aufwendige. Dieses Video jetzt hier, da werden wir wahrscheinlich ohne Einblendung arbeiten, da werde ich einfach vorne kurz, unseren Logo reinmachen, hinten den Out spannen und den Rest werde ich einfach lassen. Ich muss vielleicht einmal durchgehen und die noch ein, zwei Cuts machen, weil der Christoph wieder irgendwie rumgelallt hat und, äh, da irgendwie nochmal einen neuen Ansitzer gemacht hat, aber in sich war das jetzt zu 90 Prozent ein One-Take. Ja, also ich, ähm, muss sagen, was auch ich persönlich, wenn zum Beispiel jetzt Videos, das ich alleine mache, dann schneide ich die ja auch alleine und ich muss sagen, dieses Drehen an sich, das geht mittlerweile wirklich super flott von der Hand, äh, das dauert kaum mehr als das, was man dann auch tatsächlich sieht im Video. Ich finde aber gerade irgendwie, dass, äh, alles was mit B-Roll zu tun, halt Boardshots raussuchen, Fotos raussuchen, B-Roll, das irgendwie erstmal alles wieder zu finden und dann gucken, wo man was einbaut und welchen Einblendungen, das dauert dann irgendwie noch am längsten. Also wenn das etwas ist, was sehr, äh, äh, intensiv ist an B-Roll-Material, dann dauert es ungeahnt länger, als wenn es etwas ist, wo keine großen Einblendungen drin sind. Ja, und jetzt die Frage, wer macht was? Also wenn Thomas Solo-Videos macht, dann schneidet er sie eigentlich auch komplett. Ähm, wenn wir gemeinsame Videos haben, schneide ich sie meistens. Ähm, ich kümmere mich immer um die Thumbnails, wobei du manchmal so eine kleine Vorlage lieferst mit, ich hab irgendein Spiel, was ich von meiner blauen Wand zeige. Mach was draus irgendwie. Ja, mach was draus. So. Das heißt, ähm, wenn ihr irgendwann Titel habt, die euch zu catchy sind und zu clickbaity, dann war ich es schuld. Das ist nicht der Thomas schuld. Aber meistens sieht er die vorher und gibt dann nochmal Feedback. Also das dreht ein paar Schleifen. Also ich hatte sie abgenommen. Das ist, wir sollten unbedingt mal sowas machen, die besten zehn Thumbnails, die es nie zur Veröffentlichung geschafft haben. Das wäre auch geil. Ähm, gut. Es geht weiter mit, wie motiviert ihr euch oder müsst ihr das erst gar nicht oder gibt es auch Tage, wo überhaupt nicht gespielt wird? Das haben wir ja vorhin ja irgendwie auch von fast ein bisschen mitbeantwortet. Bei mir gibt es tatsächlich, ich war jetzt letztens krank und habe irgendwie drei Wochen überhaupt nicht gespielt. Ähm, und wie gesagt, dieser Druck, dass wir etwas spielen müssen, der existiert nicht, sondern bei uns ist es eher andersrum. Wir spielen, weil wir da Bock drauf haben und wir machen Videos, weil wir da Bock drauf haben und dann ergibt sich das irgendwie in der Richtung. Es ist nie so, dass man sagt, ey komm, wir brauchen für nächste Woche noch ein Video, jetzt müssen wir aber irgendwie unbedingt noch was spielen. Also das kommt bei mir nie vor. Ich habe gerade eh das Problem, dass ich lieber mehr spielen würde, als ich könnte. Ähm, ich muss ehrlich sagen, bei Videos ist das mal vorgekommen. Ähm, ich hatte mal mir vorgenommen, zu ein, zwei Spielen Regelvideos zu machen, wo ich dann auch zugesagt habe, dass ich sie tue und dann habe ich gemerkt, dass mir das Spiel gar nicht so gefällt, als ich dann ausprobiert habe, aber natürlich zugesagt habe, ich mache ein Regelvideo zu, weil es dann auch in der Anleitung abgedruckt wird und dann habe ich gemerkt, dass mir das Aufnehmen des Regelvideos nicht so viel Spaß gemacht hat und das fand ich dann in der Internet schade und da ist mir klar geworden, dass ich an der Stelle auch nicht das als Dienstleistung unbedingt machen möchte in dem Moment, dass ich verpflichtet bin, so etwas machen zu müssen, sondern immer die Wahl habe, mache ich ein Arche-Nova-Regelvideo oder nicht? Es wäre mega schlau, eins zu machen, aber bin ich dies Jahr nicht zu gekommen, habe keine Muße gehabt, ein längerem Stück das irgendwie abzuarbeiten, weil es macht keinen Sinn, das in Scheibchen zu machen. So, deswegen gibt es das einfach nicht, obwohl es mega sinnvoll wäre, da zu dem Spiel eins zu haben. Ja, vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht auch nicht. Ja, ich muss gerade, wo du gerade das erzählt hast, daran denken, es gab tatsächlich immer so eine Phase, wo ich mich dazu genötigt gefühlt habe, etwas zu machen und zwar bei ANAC, dem Regelvideo und zwar aber nicht deswegen, weil ich im Prinzip das Gefühl hatte, ich muss ein Regelvideo machen, sondern weil ich schon 80% des Regelvideos hatte, aber mir einfach gewisse Sachen irgendwie gefehlt haben und ich dann im Schnitt gemerkt habe, ich muss da nochmal ran, ich brauche noch Nahaufnahmen und so und das hat mich echt Überwindung gekostet, dann mich da irgendwie abends überhinsetzen und sagen, wow, fuck, nochmal alles aufbauen und da noch was dazu zu machen. Das hat mich an den Rand des Nerven zusammenbrust gebracht. Aber das war meine eigene Vorgabe sozusagen, dass ich das halt noch besser machen möchte. Und ich finde, Regelvideos sind dann nochmal was Besonderes. Ich kann mich noch an das Paleo, Paleo, Paleo Regelvideo erinnern. Das hattest du gemacht. Ich habe mir das angeguckt und meinte, Thomas, ich glaube, das ist zu knapp. Mir fehlt da viel drin. Also ich glaube, ich könnte es durch das Gucken nicht spielen und das macht dann überhaupt keinen Sinn, so ein Video zu veröffentlichen, weil Regelvideos, die müssen vollständig sein einfach. Und dann glaube ich, da war es für dich auch nochmal eine Qual, nochmal ran, ne? Richtig. Und ich glaube tatsächlich sogar, dass das relativ kurz nacheinander war, diese beiden Erlebnisse, wo ich dachte, oh fuck, nein, da jetzt auch noch irgendwie nochmal irgendwie ran. Aber im Nachhinein hattest du recht, ja? Also da gab es viele Details, die auch hinterher nach gefragt wurden, wo ich dachte, wow, gut, dass wir die noch mit reingenommen haben, weil sie doch wichtig sind für den Spielablauf. Oh, das nächste ist super. Das ist aber eher eine Frage für dich, glaube ich. Wie bekommt ihr diese tollen Hintergründe hin, wie in diesem Video hier? In diesem oder? Nee, wo die Frage drunter stand wahrscheinlich. Kaum Schatten oder Falten zu sehen. Dankeschön. Also Falten, keine Falten, ja, das liegt, glaube ich, an einer guten Ernährung und an meiner Gesichtscreme. Hintergründe, meinst du, das Ding, das ist einfach nur eine Wand, die ist angemalt. Und bei Thomas ist es auch eine Wand, die ist angemalt. Also da gibt es keine Magie hinter. Nächste Frage, finde ich auch spannend. Warum hat Thomas immer Kopfhörer auf in solchen Videos? Was für Kopfhörer? Ich trage doch keine Kopfhörer in den Videos. Nein, Spaß beiseite. Ich habe sie jetzt mal kurz abgenommen. Ich trage deswegen Kopfhörer und der Christoph nicht, weil der ein anderes Setup hat. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ihn entweder nicht verstehe, wenn wir uns unterhalten oder man es auf meiner Tonspur irgendwie hört. Und bei Christoph ist es anders. Und ich genieße es dann tatsächlich auch irgendwie hier immersiv in dem Gespräch einzutauchen. Und mir ist schon bewusst irgendwie, dass das irgendwie eher aussieht, als ob ich irgendwie gerade Fluglotse wäre. Aber ich finde, es kommt ein besserer Gesprächsfluss auf. Aber es wird demnächst an dem Setting ein bisschen was geändert und dann werde ich eventuell auch kopfhörerfrei hier arbeiten können. Ich habe das Gefühl, das ist auch schon Kult mittlerweile. Also wäre komisch, wenn du so nicht mehr aufhättest. Ja, ich versuche ja auch immer wieder mal ein paar neue Kopfhörer irgendwie rauszuziehen. Also es ist wirklich so, durch dieses Mikro, ich höre ihn auf den Boxen. Die stehen ein bisschen weiter weg. Ich höre ihn gut und das Mikro nimmt es nicht auf oder es nimmt es so wenig auf, dass ich es mit einem Noisegate einfach rausnehmen kann. Beim Thomas ist es so, er ist, ich bin bei ihm mit dem Notebook so nah dran. Also wir haben ja, ihr habt euch wahrscheinlich mal gefragt, wie nehmen wir hier Videos auf. Es ist so, jeder nimmt es mit seiner Kamera komplett sich auf und wir haben nebenbei Zoom laufen, um uns quasi synchron zu halten, dass wir wissen, was sagt der eigentlich, der andere. Und der Thomas, wenn er mich quasi nicht über Kopfhörer hört, würde der so laut mich hören, damit er mich gut versteht, dass das sein Mikro wieder so aufnimmt, dass es einfach stört. Das heißt, wir könnten uns nie so halbwegs ins Wort fallen und wir müssen es immer auffindig rausfiltern. Und es ist einfach leichter, dass er das auf den Ohren hat und es nicht mit aufgenommen wird. Bei mir ist es nicht relevant, weil es nicht mit aufgenommen wird. Aber auch da wird sich sicherlich nochmal was ändern. Wir probieren immer gerne neue Dinge aus. Sehr schön, hier die Frage, ihr habt vor zwei Jahren diverse verschiedene Ideen aufgegriffen, wie zum Beispiel Uncut, das großartige Talkformat. Gibt es hier auch wieder Fortsetzungen oder bremst hier eventuell der Aufwand? Ja, ich habe schon ein komisches Gefühl, wieder über Zeit zu reden. Man muss sich halt einfach überlegen, bei wenig Zeit, auf was konzentriert man sich. Und es macht mir super viel Spaß, diese Talkie-Brettspiel-Branchen-Videos zu machen oder auch mit Autoren und so weiter. Aber man merkt einfach, die sind nicht die beliebtesten. Und deswegen konzentriert man sich halt lieber auf Videos, die Leute mehr interessiert. Also auch die langfristig sich mehr Leute angucken. So ein altes Video, danach guckt keiner und das schaut auch kaum noch jemand. Deswegen lohnt es sich eher, mal ein Regelvideo zu machen, über aktuelle Spiele zu reden und so weiter. Da habt ihr einfach mehr von. Und so. Und dann ist es natürlich schlau von uns einfach auch mehr Zeit, da rein zu investieren. Es war schon immer die Idee da, das vielleicht in ein Podcast-Format auszulagern. Und da ist auch das gleiche Thema. Wenn man nicht so viel Zeit hat, macht es keinen Sinn, das auf mehrere Sachen sich zu verzetteln. Dann lassen wir lieber Zeit in diesen Kanal investieren. Das bringt einfach mehr, als nebenbei noch ein Podcast anzufangen. Grundsätzlich finde ich es immer spannend, über sowas zu reden. Ich höre auch, ehrlich gesagt, diese Podcasts am liebsten, die über Branche reden oder Interviews sind mit Talks mit anderen Leuten. Das sind die einzigen Podcast-Formate, die ich am liebsten höre. Hätte ich grundsätzlich Bock drauf. Also, vielleicht kommt auch noch was dieses nächstes Jahr. Mal gucken. Also, diese Brettspiel-Reihe mit Autoren über Brettspielentwicklung zu reden, finde ich auch immer noch spannend. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Aber, ich sag mal, so Uncut-ähnliche Formate wird es wahrscheinlich erst mal nicht geben. Die Zeit ist einfach das größte Problem. Und ich hab mich ja auch irgendwie bei der Podcast-Idee war ich auch erst Feuer und Flamme und hab dann auch ein bisschen zurückgeruhtet, weil ich mir dachte, wir können nicht auf allen Hochzeiten irgendwie tanzen, weil es soll ja auch richtig geil werden. Man muss auch die Zeit investieren können, dass es auch richtig gut wird. Wir kommen, ja? Vielleicht hier an der Stelle, kündige ich es an, ich hab so eine Format-Idee, wo es auch Talkie sein soll, über unser Brettspiel-Hobby-Leben an sich. Aber ich würde gerne mehr Zuschauer oder auch Unterstützer mit einbeziehen. Also, dass es so ein kleines Stammtisch-Format ist. Dass man, ja, wie so ein abendlicher Livestream, wo einfach Leute dabei sein können, wie quasi ein Podcast, der live aufgenommen wird. Es gibt ja auch häufig Formate, wo ein Publikum dabei ist, die einfach mitinteragieren können. Nicht nur über den Chat, sondern auch wirklich über Stimme und so weiter. So, das fände ich ganz spannend. Dann ist man völlig vorbereitet, sagt, es ist halt, einmal im Monat ist dieser Brettspiel-Club-Abend. Und das läuft einfach. Man quatscht über das Hobby. Jeder, der Bock hat irgendwie. Keine Ahnung, wie das im Detail aussehen soll. Aber das finde ich ganz witzig, weil dann kannst du wirklich jedes Thema da irgendwie mit reinnehmen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fände das irgendwie auch, vielleicht ist das auch ein bisschen zu romantisch, die Vorstellung, aber ich jetzt im Vergleich zum Twitch-Streamen, wo irgendwie ständig der Hype-Train durchfährt und man irgendwie im Chat sagt, schreibt eine Eins in den Chat, wenn ihr das auch cool findet, fände ich es persönlich echt viel cooler, so wie in den 80er, 90er Jahren abends so eine Radiosendung, wo dann so Caller kommen und so, ja, wir haben jemanden auf Leitung 3, was führt dich heute Nacht irgendwie zu uns in die Sendung und so. Und dann kommt man mit den Leuten halt wirklich ins Reden und kann halt über, also viel intimer mit Leuten irgendwie halt noch Sachen besprechen. Das fände ich auch cool. Es ist halt technisch krass aufwendig. Es geht, also Clubhouse war ja eine App, die das als Konzept hatte und du kannst das über Discord eigentlich sehr gut machen. Da gibt es die Live-Stages und damit geht das eigentlich ganz gut. Deswegen, technisch ist kein Problem, Zeitfrage. Alles klar, ich bin schon gespannt. Wir probieren das mal aus. Ich bin on fire. Aber wir müssen die nächste Frage leider jetzt beantworten, Christoph. Es tut mir wirklich total leid. Es haben mehrere Leute gefragt mit Hashtag GoGoChris. Wann, Christoph, kommt der zweite Teil des Let's Plays zu Twilight Imperium? Ich kann euch nicht sagen, wann, aber ich kann euch nur sagen, er wird kommen. Ja? Na klar. Also es liegt noch parat. Als ich zu A Song of Ice and Fire, als ich gemerkt, ich bin noch ein bisschen verschnupft, deswegen muss ich manchmal nochmal neu ansetzen. Als ich das Let's Play zu A Song of Ice and Fire gemacht habe, habe ich gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, wieder so ein Let's Play zu schneiden, auch mit VoiceOver und so weiter. Da habe ich gesagt, ah geil, die Zeit hätte es jetzt eigentlich investieren können, den Teil 2 zu machen. Deswegen, ich bin motiviert und ich werde es definitiv hinbekommen. Ich kann euch nur nicht versprechen, wann. Vielleicht machen wir da irgendwie eine besondere Kampagne draus oder so. Nice. Ich möchte es auch ehrlich gerne sehen. Man weiß ja gar nicht, wer gewonnen hat. Also ich weiß es zumindest nicht. Ich weiß es noch. Ja? Leider muss ich jetzt auch irgendwie hier was einstecken. Und zwar, wie lief dein Brettspielvorsatz für dieses Jahr, Thomas? Twilight Imperium 4 geschafft und wird es wieder ein paar Vorsätze im neuen Jahr geben? Ich habe nicht mal die Hälfte der Sachen geschafft, die ich in dem Video mir vorgenommen hatte von ziemlich genau einem Jahr. Da habe ich quasi wirklich versucht, mich selber in die Kandare zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, diese Sachen wolltest du immer schon mal spielen, jetzt kommittest du dich irgendwie dadurch mal. Und ich habe die wenigsten Sachen davon gespielt. Und man muss ganz ehrlich sagen, bei Twilight Imperium gab es so unfassbar viele nette Menschen, die mich sofort danach und auf Spiele treffen und so kontaktiert haben. Hey, wir haben eine coole Runde, komm mal vorbei und wir erklären dir das auch und so. Und ich habe es halt wirklich immer aus Zeitgründen, weil so ein ganzer Tag drauf geht, immer rausgeschoben. Und ich habe da fast ein schlechtes Gewissen, weil so viele nette Menschen irgendwie mir das auch angeboten haben. Und das muss jetzt nächstes Jahr unbedingt mal passieren. Ich habe es noch nicht geschafft und ich werde dementsprechend auch kein Video machen fürs nächste Jahr, um mir Vorsätze aufzuerlegen, die ich dann eventuell wieder nicht halten kann. Ähnliche Frage. Ich habe mir zum Geburtstag Star Wars Rebellion, also nicht wieder ich, aber jemand hat sich zum Geburtstag Star Wars Rebellion gekauft, ohne Erweiterung, wichtig. Nun die Frage, ob wir dazu ein direkt losgespielt oder ein Let's Play machen könnten. Würde euch das interessieren? Wahrscheinlich schon, ne? Aber ich glaube, es wäre einfach schlau, erst mal die Let's Plays abzuarbeiten, die noch rumliegen, bevor man ein neues angeht. Also wir haben darüber schon mal gesprochen und ich hätte auch mega Bock, also da könnte ja wirklich einer das Imperium, einer die Rebellen, da kann man so viele geile Sachen draus machen, aber es ist halt wieder super aufwendig. Und ich würde auch sagen, ganz wichtig, wer Rebellen spielt, zieht sich Zimtschnecken auf die Ohren. Können wir gerne machen. Ja, also sag niemals nie, ich hätte Bock drauf, aber erst mal die Hausaufgaben machen und dann kommt die Fleißarbeit, dann kommt der Wochenplan. Gibt es, oder super, geht ja gleich nahtlos weiter. Gibt es Videos, die ihr gerne machen würdet, aber aus irgendeinem Grund nicht plant, weil Aufwand zu groß oder so. Ungefähr 50 Ideen, ja? Ja, also es gibt ja so ein paar Sachen, die ich immer so halb scherzhaft irgendwie anmerke. Ich würde wahnsinnig gerne mal ein Musikvideo machen zum Thema Brettspiele. Ich würde wahnsinnig gerne eine Musical-Episode machen und ich würde wahnsinnig gerne einen Film-Noir-Krimi machen. Einfach so ein bisschen mit verschiedenen Genres zu spielen. Es ist aber halt unfassbar aufwendig. Also wenn man das nicht nur einfach so als Gag machen will, sondern man will das richtig gut machen und wenn gesungen wird, wird auch richtig gut gesungen. Das macht man halt nicht einfach mal so nebenher. Da ist man wirklich lange beschäftigt. Und es gibt eventuell etwas Gegenwehr, die da vielleicht nicht so Bock haben, mitzumachen. Aber das wären so ein paar Großprojekte, von denen ich träume. Ja, also das wäre der wesentliche Grund, warum ich mir vorstellen könnte, das Fulltime zu machen, weil dann sowas möglich wäre. Ich hätte auch viel mehr Lust, so cinematische Dinge zu tun. Also sich da mehr auszuleben und nicht immer den Talking Head in der gleichen Szenerie. Ja, also es wird was kommen, auch immer wieder mal, wie unser Halloween Special. Da haben wir halt zu dritt, also Markus, du und ich haben zu dritt an verschiedenen Standorten gefilmt, gedreht, geschnitten und dann über verschiedenste Arten die Sachen transferiert und wieder zusammengebaut, nachgedreht. Es war spannend, dass es funktioniert hat, aber auch das allein war schon super aufwendig. Und wenn du dir halt irgendwie wirklich mal so einen 10-Minuten-Kurzfilm machen willst zu irgendwas, bist du halt eine Woche beschäftigt. Da brauchst du halt dann auch jemanden, der die Tonangel hält und der irgendwie auch Script & Continuity macht, damit es irgendwie auch alles passt. Das Geile ist ja noch, der Markus, wir hatten ihn so angehauen, ey Markus, lass mal irgendwie so ein geiles Projekt zusammen machen. Und er so, ja, ich hab da so eine kleine Idee, vielleicht können wir damit mal anfangen. Das dauert wahrscheinlich dann nicht so lang, wie dann unsere große Idee oder so. So Halloween, ich hab da mal so eine Skript-Idee. Ja, hab da gemerkt, wie das eskaliert ist. Also das war ein Monster-Projekt und das war nur die kleine Vor-Idee, ne? Deswegen ist es zu mehr noch bis jetzt nicht gekommen. Aber es wird solche Sachen geben, aber sie wird es halt immer nur zu besonderen Anlässen und nur dann geben, wenn wir die Zeit dafür haben, aktuell zumindest. Oder es gibt einen mega reichen Sponsor, der sagt, ja hier, gib euch genug Geld, macht einfach nur. Ja genau, irgendjemand, der, der, ja, mir fällt jetzt gerade niemand ein, aber das kann sich jemand gerne melden bei uns. Wie könnte es da geben? In der Brettspielwelt gibt es nicht genug Geld. Es geht weiter mit Themen irgendwie, die wir noch nicht gemacht haben. Welchen Gast würdet ihr gerne mal einladen, auch wenn seine Zusage unwahrscheinlich ist? Und das kann ich sehr, 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 sehr konkret beantworten. Wir haben beim Adventskalender habe ich mit unfassbar vielen Menschen Kontakt gehabt und es gab auch die eine oder andere Person, die wir gefragt haben, die nicht konnte. Wir haben eigentlich von so gut wie jedem eine Antwort bekommen, alles super nett und mit vielen sind wir auch verblieben, dass wir in Zukunft was zusammen machen wollen. Aber es gibt eine Person, mit der ich einfach noch nie Kontakt hatte und es ist ein großes Idol von mir, nämlich Quince von Shut Up and Sit Down. Webseite, Podcast und YouTube-Kanal. Das ist fast schon ein Idol für mich. Ich finde den Mann einfach großartig. Das ist eines der besten YouTube-Formate überhaupt, so kreativ und ich habe mehrfach versucht, den Kontakt irgendwie zu erstellen und das ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen Menschen in dieser Brettspielszene, mit dem ich noch nie wirklich Kontakt hatte. Und das fände ich einfach den absoluten Hammer. Also da würde mein Herz auch aufgehen, wenn wir mit dem mal irgendwas gemeinsam machen könnten. Ich habe eine längere Liste. Ich würde das hier einfach nicht droppen, weil ich die gerne noch in anderen Formaten hätte und auch im Adventskalender hätte. Deswegen, ja, lasst euch überraschen. Ich glaube, das ist eine Frage übersprungen. Welches Video habt ihr gedreht, aber nicht veröffentlicht und warum? Oh, habe ich? Ja. Oh, tatsächlich. Und mir fällt gerade erst auf, Markus, der sich da dran geschrieben hat, ist es der Markus, den ich meine? Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum er die Frage stellt, weil ich habe mit ihm nämlich was aufgenommen, was nicht veröffentlicht wurde. Oh, was denn? Wir haben ein Spirit Island Regelvideo aufgenommen. Oh. Leider war die Qualität der Aufnahme so schlecht, dass ich es dann hinterher nicht zu einem guten Video habe zusammenführen können und dann nicht veröffentlicht habe. Das war auch zu einer Zeit, wo ich viel aufgenommen habe und es dann einfach hinten runtergefallen ist und irgendwann zu alt war. Es tut mir sehr leid. Er ist nämlich extra vorbeigekommen und hat mir dann quasi das Spiel erklärt, wie das der Flo gemacht hat. Oh. Es gibt aber noch ein, zwei andere Videos. Das eine war, ich bin mal auf dem Keyforge-Turnier in Düsseldorf. Das war das eines der ersten Male, wo ich gemerkt habe, Blende war viel zu offen, völlig überbelichtet, also das Material war nicht ausreichend gut. Und das andere war, ich habe mal mit Flo ein Video aufgenommen und habe quasi das Format von den Bretagogen geklaut, Making a Top Ten. Wir haben quasi eine Top-Liste zusammengestellt über die besten Partyspiele und haben in der Folge darüber diskutiert, welches die besten Partyspiele sind, also Making a Top Ten, was sie als Podcast-Format haben. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht veröffentlicht haben. Ich glaube, es lag daran, dass wir uns nicht gut kommuniziert haben, wer es jetzt schneidet. Irgendwie ist ja nichts draus geworden. Wir waren einfach zu blöd. Aber das wäre doch mal was, das könnte man ja auch nochmal nachreichen. Das alte Ding wieder auszupacken, auf jeden Fall haben wir da jeweils 15 Kilo weniger. Da sehen wir uns richtig schlank aus. Aber das wäre eigentlich total geil. Eigentlich müsste man diese ganzen Sachen noch länger zurückhalten und dann so in fünf Jahren Twilight Imperium Teil 2 und diese ganzen Sachen. Und dann denkt man sich so, krass, wie sind denn diese jungen Menschen, die da vor der Kamera sitzen? Die kennt man ja schon gar nicht mehr. Ja, sorry, ich wollte diese Frage nicht bewusst überspringen. Das haben wir schon, das haben wir schon. Auf was freut ihr euch in 2023 am meisten bezogen auf Brettspiele? Und hier auch nochmal, wann kommt das Video von Chris, wo er sein neues Spielzimmer aufgebaut worden ist. Das haben wir ja schon beantwortet. Bei mir ist das ganz klar, ich freue mich auf alle Events. Ich freue mich auf unsere Supporter-Treffen, auf die BerlinCon, auf Essen, auf alles, wo wir Leute treffen, mit Leuten schnacken können, gemeinsam Brettspiele zocken können und halt auch mal wirklich den ganzen Tag diesem Hobby folgen können. Das sind die Dinge, für die ich aktuell lebe, was das Spiel angeht. Ja, das sind die Meilensteine in diesem Jahr, auf die ich hinfieber, ja. Und Spiele wären natürlich ein Video zu machen. Ich habe mich gar nicht noch ausreichend informiert darüber, was dieses Jahr eigentlich so rauskommt. Es kommt ja immer irgendwas Neues raus. Die Menschen machen das Hobby halt tatsächlich aus. Ja, das haben wir schon beantwortet. Wird es eventuell in Zukunft ein kleines Talk-Format bei euch geben? Es macht so Spaß, uns zuzuhören. Das hast du, glaube ich, ja vorhin hinreichend schon beantwortet. Also, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben gemerkt, dass uns das auch mehr Spaß macht und wir würden gerne mehr Talk-Anteil in zukünftigen Videos drin haben. Da, wo es Sinn macht. Und vielleicht fällt es auf. Zum Beispiel hat ja das Video die besten Brettspiele aller Zeiten enormen guten Zuspruch. Das geht gerade quasi viral. Und da haben wir ja auch ein bisschen mehr den Stil ins Wir quatschen miteinander gelegt. Unbewusst. Und haben gemerkt, könnte ein Faktor sein, warum das auch vielleicht gut ankommt und man gerne zuhört. Und wir haben gemerkt, dass wir da vielleicht in der Vergangenheit so sehr jeder für sich redet, obwohl wir nebeneinander sitzen. Ja, da ist sicherlich noch vieles möglich. Die nächste Frage ist sehr speziell. Ich habe sie trotzdem mit reingenommen. Könnt ihr dir bei den diverse Spiellisten, die ihr präsentiert, nicht den Quiz-Modus mal weglassen? Wir haben zwar Spaß dran, aber es ist etwas anstrengend, irgendwie dann immer mitraten zu müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also erst mal nein. Wenn wir da Bock drauf haben, dann machen wir das. Und es hat uns extrem viel Spaß gemacht. Aber ich kann die Person insofern beruhigen, dass wir halt immer wieder auch auf andere Ideen kommen. Also worauf wir halt irgendwie auch gerade Lust haben. Ja, und es gab viel positives Feedback, die gesagt haben, es hat total Spaß gemacht, da irgendwie auch mitzuraten und so. Aber wir werden nicht alle Videos jetzt in dem Stil machen, sondern halt, weil man kommt irgendwie kurz vorher irgendwie so eine Idee, hey, lass uns doch mal das ausprobieren und dann machen wir es einfach. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass es eher gut ankam. Kann ich auch verstehen, wenn es nervt. Ich hatte das Gefühl, dass es im Partyspiel-Video, also über die besten Partyspiele aller Zeiten, haben wir das veröffentlicht? Das haben wir schon veröffentlicht, dass das da auch nicht so gut funktioniert hat. Vielleicht war ich schlecht vorbereitet. Ich hatte das Gefühl, in dem Video besten Spiele aller Zeiten hat das irgendwie besser geflowt. Da hat das irgendwie auch mehr Spaß gemacht. Da war das, glaube ich, mehr, ja, war mehr on point. Deswegen, wenn es Sinn macht, versuchen wir es zu tun. Wenn wir auch merken, das war blöd, dann lassen wir es auch in Zukunft. Ja. Erhalte dir viele Insider-Infos von Verlagen, über welche ihr noch nicht sprechen dürft. Ich glaube, das wäre der richtige Moment, jetzt irgendwie über Brass München zu sprechen. Nein, Quatsch. Also das kommt, also ich weiß nicht, ob es bei dir groß anders ist, aber es kommt natürlich hin und wieder mal vor. Also gerade, wenn man auf einer Messe ist und irgendwie im Gespräch irgendwie auch ein Thema anschneidet, wo es dann heißt, oh, das ist aber übrigens noch nicht offiziell. Aber das ist nicht so häufig und also ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie groß entscheidend wäre. Es wird nicht bewusst gemacht. Es passiert eventuell mal in Situationen, weil man gerade in Essen zusammensteht und der sagt, naja, nächstes Jahr kommt übrigens das und das bei uns raus. Veröffentlich nächste Woche, sage ich euch jetzt schon mal, aber sagt es bitte noch nicht so. Also, die haben da nicht so viel von, wenn die uns Insider irgendwie vorher stecken. Ja, genau. Glückwunsch! Habt ihr vor, noch jemanden zu einem Kanal hinzuzuholen? Ich wäre für Kronen. Also, jetzt mal hier Kirche im Dorf lassen. Der Kronen hat aus ganz bestimmten Gründen irgendwie eine Pause eingelegt und der Mann gehört zu Hunter wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie Adam und Eva. Also, das ist ein Dreamteam, das darf man niemals auseinanderreißen. Die Frage, ob wir irgendwie generell mal jemanden dazuholen, also ich glaube, weiß ich, wie es dir geht, aktuell habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, aber sag niemals nie. Also, ich meine, kann sich ja immer in verschiedenen Richtungen entwickeln. Also, man muss halt da an der Stelle wissen, macht das überhaupt Sinn? Also, mehr Leute, mehr Köche an der Stelle können auch den Brei verderben einfach. Und es ist ja sowieso so, dass wir doch eigentlich sehr viele Gäste bei uns haben, was bewusst bei uns so gelebt wird. Also, wir machen das gerne. Wir wollen gerne viele verschiedene Meinungen zeigen. Es macht Spaß, mit vielen Leuten was zusammen zu tun. Dessen war das schon immer ein Kanal, der ja viel andere Leute mit einbezieht. Und es hat ja jetzt keinen Vorteil, wenn wir jetzt einen Sven, einen Dennis oder einen Flo mit als Kanalmitglied reinnehmen, den seht ihr dann vielleicht häufiger, weniger, keine Ahnung. Also, welchen Vorteil hat das? Für euch wird es nicht besser, weil dann würden die ihren Kanal nicht mehr leben. Das macht die Sache ja nur diverser, wenn man verschiedene Kanäle hat. Man muss auch immer wissen, Leute, die einen Kanal betreiben, sind eher Leute, die tendenziell auch selber gerne gestalten. Und wenn du mehrere Leute zusammenbringen musst, die gerne gestalten und sich dann aber noch drüber grün werden müssen, macht die Sache nicht leichter. Also, macht die Sache vielleicht eher schlechter. Dessen ist doch eigentlich wunderbar, dass jeder sich so austoben kann, wie er möchte. und wenn man was zusammen machen möchte, macht man was zusammen. Dann hat, glaube ich, jeder mehr davon an der Stelle. Nächste Frage. Und das ist jetzt fast ein Zufall, aber das passt perfekt. Mich würde interessieren, ob er nicht Lust hat, auch mal eine Spielekreuzfahrt oder ein ähnliches Event für richtig viele Brettspielerinnen zu organisieren. Also, ich kann schon mal sagen, eine Kreuzfahrt werden wir nicht machen, aber wir machen ja irgendwie unsere Supporter-Treffen auch und irgendwie natürlich planen wir auch verschiedene andere Sachen und gemeinsam spielen mit der Community ist einfach mega geil und wir haben viele Ideen. Die Frage ist halt immer nur, was ist umsetzbar, in welchem Rahmen, mit wie vielen Leuten und mit welchem Aufwand. Also, weiß ich, ob du noch mehr droppen willst, aber wir sind an bestimmten Sachen dran, aber es ist halt nicht so einfach, sowas auf die Beine zu stellen. Ja, also, das, was wir gerade organisieren, sind halt Goodies für die, die uns unterstützen. Also, es gibt halt Supporter bei Patreon und Steady, die einfach Spaß in unserer Arbeit haben und sagen, hey, das unterstütze ich gerne und als Dankeschön organisieren wir halt verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die Stammtische, die online sind, wir verlosen oder verschenken denen Brettspiele, wir veranstalten diese Brettspiel-Unterstützer-Wochenenden, wo wir einfach zocken können. Und was man da auch merkt ist, also, ein Event-Manager sein kostet auch Zeit, ist weniger Zeit für Kanal und für Spielen. Und das im größeren Stil jetzt zu machen, sehe ich für mich wenig Mehrwert drin, weil, andersrum ist es doch viel schlauer, wenn wir einfach auf Spieleveranstaltungen gehen, die es schon gibt und dann können wir nämlich einfach nichts in Zeit investieren, in das organisieren, sondern können einfach spielen, können mit euch quatschen, treffen und so weiter. Wenn ich sehe, wie auf der BerlinCon der Alex, der Hunter und sonst Leute unterwegs sind, unter Dauerstrom, die haben da von der Veranstaltung gar nichts. Den Modus will ich nicht reinkommen. Ich will lieber selber die Zeit, die ich habe, genießen mit Spielen und Leuten quatschen und treffen. Deswegen, ja, also wenn es was in die Richtung geben würde, dann wahrscheinlich nur, wenn wir einen Event-Manager einstellen, der das für uns organisiert. Ja, also vor allem im großen Stil ist das so nicht guppbar und nicht machbar und das würde auch dann keinen Spaß machen. Wobei organisieren mir schon Spaß macht, aber ja, Zeit muss man gut haushalten. So, wir haben das vorhin fast schon ein bisschen beantwortet, aber schätzt dir es als realistisch ein, kurz- oder langfristig nur noch auf YouTube erwerbstätig zu sein, würde dir das überhaupt wollen? Du hast es ja vorhin schon gesagt, also ich meine, die Idee, da vielleicht mal ein bisschen im Hauptjob reduzieren zu können, um da mehr Zeit zu investieren, ist eine interessante Möglichkeit. Ich kann für mich sagen, ich möchte auf gar keinen Fall jemals YouTube vollzeitmäßig machen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil ich meinen Job total liebe. Ich finde es einfach großartig, mir würde da wirklich was fehlen und zum anderen, wenn du das Vollzeit machst, dann ist es plötzlich Arbeit und dann ist es nicht mehr Leidenschaft und Hobby, sondern dann geht es wirklich los mit den Sachen, die wir vorhin schon besprochen haben, dass Verpflichtungen einsetzen, dass Druck herrscht, dass man bestimmte Sachen annehmen muss, um sich zu finanzieren. Das sind alles Dinge, auf die ich persönlich gar keine Lust habe. Aber ein bisschen mehr Freiraum zu haben, um das noch mehr entfalten zu können, auf alle Fälle. Ja, sehe ich ähnlich. Und wie du schon meintest, ich glaube auch, dass es in Deutschland nur schwer möglich ist, nur von YouTube zu leben. Man sieht es bei Hunter & Friends ja. Was macht er? Er hat verschiedene Standbeine. Er macht eine BerlinCon, er bringt Spiele raus, er hat Merchandise, er hat ganz viele kleine Standbeine, die zusammen es ermöglichen, dass mehrere Leute davon leben können. Was man aber auch sieht, man fängt an, Paid Content zu machen. Also man macht Kooperationen mit bestimmten Verlagen und bringt dann Videos raus. Und das ist etwas, was wir gerade für uns per se ausschließen. Also ich möchte keine Abhängigkeit haben von irgendeinem Verlag. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich von Aufträgen, von Verlagen abhängig bin, um überleben zu können oder um gut leben zu können. Und dann quasi das Gefühl habe, ich muss jetzt Regelvideos machen, zu spielen, aber ich die keine Lust habe. So, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, quasi Zeit zu investieren und dann, ja, hast halt Videos da, die irgendwie kein Mensch guckt, haben die halt Geld gebracht und helfen dem Kanal nicht, haben keinen Spaß gemacht. Boah, finde ich ganz grauenvoll. So, ich weiß nicht, international wäre das vielleicht was anderes. Also Englischsprachige Kanäle mit einer viel größeren Audience. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas möglich ist, sie sich zu finanzieren, ohne Dienstleister sein zu müssen. Aber man sieht ja auch bei den anderen großen amerikanischen Kanälen, die machen halt auch Kickstarter-Previews gegen Geld und sowas halt, ne? Da habe ich auch überhaupt keinen Bock zu. Ja, und da gibt es tatsächlich auch einige irgendwie, bei denen man das Gefühl hat, gerade im letzten Jahr, die brechen unter dieser Last auch total zusammen und an dem, was sie sich da irgendwie aufbürden. Also ich weiß ganz ehrlich, ich könnte YouTube nicht machen, wenn ich nicht jedes Mal, wenn wir uns für die Kamera hocken, mega Bock drauf hätte und sagen würde, ja, geil, dass wir das heute machen und dass wir jetzt quatschen zwei Stunden oder wie lange wir jetzt schon reden, dann würde mir so schnell die Lust vergehen und dann kommt auch kein guter Content mehr raus. Man hat es ja im letzten Jahr gemerkt, also so viele große Content-Creator, gerade im YouTube-Bereich, die sich da geoutet haben mit dem Wegen, ich komme nicht mehr klar mit der Last und dem Druck und dem, was man da regelmäßig die ganze Zeit leisten muss, also alle in so eine Content-Creator-Division rutschen. Es ist nicht umsonst verbreitet in dieser Welt, glaube ich. Und deswegen muss es das Wichtigste ist, dass das ihnen noch Spaß macht und man nicht in so eine Falle rutscht. Es geht weiter. Oh, das ist natürlich auch wieder, da können wir auch wieder ein Fass aufmachen. Welche Bedeutung schreibt ihr Brettspielen auf gesellschaftlicher Ebene zu? Welche Rolle wird Diversität, Inklusion in Zukunft in Brettspielen noch spielen? Und welche Entwicklungen habt ihr da festgestellt? Das ist auch wieder ein unfassbar komplexes Thema. Ich versuche das mal irgendwie kurz runterzubringen. Ich habe das Gefühl, dass Diversität und Inklusion und all diese Dinge in den letzten Jahren zunehmend eine Rolle spielen, dass es deutlich wichtiger geworden ist. Ich kann mir auch daran erinnern, das ist bestimmt schon vier Jahre her oder so, da habe ich auf Play that Funky Board Game auf Instagram auch dazu was gemacht, weil ich erste richtig geile, tolle Beispiele gesehen habe, die das richtig gut machen. So ein Dead of Winter zum Beispiel, bei der einfach ganz, ganz facettenreiche Charaktere drin vorkommen, ohne dass das irgendwie zu gezwungen wirkt. Man hat mittlerweile das Gefühl, dass es in beide Richtungen gerade läuft. Also viele, viele positive Entwicklungen. Also ich finde das persönlich auch super. Je mehr Leute du ansprichst, desto mehr Leute sehen sich da wieder und haben Bock auf Brettspiele. Ich sehe aber auch mittlerweile, wie Verlager es teilweise ein bisschen übertreiben. Also wo die Sachen dann irgendwie sehr mit dem Holzhammer sind und da geht es dann nur noch um die Sache an sich und nicht mehr das, was dahinter steckt. Ich glaube, es wird sich irgendwo dann in der Mitte einpendeln und es wird, glaube ich, aber insgesamt tatsächlich offener und diverser werden. Ja, also da kann man viel drüber reden, auch über den ersten Teil mit Bedeutung Brettspiele in der Gesellschaft. Vor allem, was die leisten können verbindender Natur. Ich glaube, wir machen mal weiter. Das können wir irgendwann mal aufgreifen. Wurde aber auch zur Spiel, glaube ich, bei den Panels behandelt. Genau, also es gibt schon Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und da kann man stundenlang drüber reden. Vielleicht machen wir das mal irgendwann. Gibt es etwas, was sich aus eurer Sicht in der Brettspielszene noch ändern oder verbessern könnte? Schwierig. Bessere Bezahlung für Autoren. Was aber daran hängt, dass insgesamt einfach fairer bezahlt werden müsste. Also ich weiß, dass da viele natürlich hinterher sind, dass alle irgendwie ihren Teil abbekommen. Es gibt aber noch, glaube ich, viel zu viele in dieser Branche, die da mit Leidenschaft dabei sind und sich vielleicht ein bisschen ausbeuten lassen, weil einfach, klar, viel Herzblut dabei ist. Ja, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute gut davon leben könnten, in dieser Branche zu arbeiten. Und ich glaube, das ist noch zu schwierig. Ja, also ich finde es auch schwierig zu beantworten. Manchmal denke ich mir irgendwie auch gerade, wenn es so um Marketing, Werbekampagnen geht, von Verlagen und so, oder wie Brettspiele präsentiert werden, würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Professionalität irgendwie wünschen, ein bisschen größer denken. Auf der anderen Seite hätte ich dann aber auch gleich wieder die Angst und Sorge, dass damit dann das Persönliche und Unmittelbare vielleicht auf der Strecke bleibt. Ja, das Computerspielindustrie ist natürlich zigtausendmal größer. Das funktioniert alles ganz anders mit Trailern und wie das irgendwie alles gewuppt wird. Aber da rufst du halt nicht einfach den Autor mal schnell an und hast eine Regelfrage. Das funktioniert da halt nicht. Also, das hat alles positive und negative Seiten, wenn sich das dann in die Richtung entwickelt. Also, was ich mir wünschen würde, also erstmal grundsätzlich, ich glaube, das reguliert sich alles von selber. Also, du siehst ja, Kickstarter hat vorgemacht, wie wichtig gutes Marketing ist und die Präsentation von Spielen. Und dann merkt man auch, da haben manche übertrieben, waren dann schlechte Spielerfahrungen, also reguliert sich das wieder, dass Leute grundsätzlich das weniger kaufen, dann auch solche Spiele vorsichtiger sind bei bestimmten Verlagen. Also schneidet man sich ins eigene Fleisch und dann reguliert sich das so, dass sich herauskristalliert, welchen Verlagen man vertrauen kann, wer da irgendwie gute Arbeit leistet und dann läuft das von alleine. Was ich mir noch wünschen würde, ist der Einstieg in Spiele. Also, dass mehr dafür getan wird, wie man Spiele, ja, besser auf den Tisch bekommt einfach. Diese User Experience, diese Usability, in Spiele reinzukommen und sie spielen zu können. Und ich glaube, da könnte noch mehr passieren. Und da tut sich aber auch schon was, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, wenn man das heute vergleicht irgendwie mit vor 10, 15, 20 Jahren, da gibt es viele, die sich alle Gedanken machen. Aber da meine ich nicht nur die Familienspiele. Klar, auch bei Kenner- und Experten-Spielen habe ich das Gefühl, da könnte man noch mehr tun, um ein Spiel einfach auf den Tisch zu kriegen. Und damit meine ich nicht nur das Regelwerk und die Regelanleitung an sich, sondern auch andere Stellschrauben. Nächste Frage geht sehr schnell. Gibt es in München gute Spiele-Läden? Leider viel zu wenige. Ich kann das Funtainment empfehlen. Ich habe gerade die Adresse nicht. Bitte googeln. Also zwischen Hauptbahnhof und Stachus ist ein sehr, sehr schöner Laden. Und Achtung, nicht vorne reingehen, sondern durch den Innenhof. Hinten ist ein riesengroßer Bereich mit wahnsinnig vielen coolen Spielen und mit sehr kompetenter Beratung. Leider haben wir gar nicht so viel. Und vielleicht sollte man mal einen Brettspielladen aufmachen in München. Ich würde mich auch noch freuen zu wissen, welche Spiele für sieben bis zehn Personen empfehlen würde, was vielleicht nicht so ein ganz klassisches Partyspiel ist. Große Gruppen, kein Partyspiel. Ist Feed the Cracken ein Partyspiel? Ist Captain Sona ein Partyspiel? Die würde ich mit acht Leuten spielen oder mit elf Leuten. Fällt dir noch was ein? Siderische Konfluenz. Oh, ja. Das habe ich immer noch nicht gespielt. Wird schwierig. Aber gut, machen wir weiter. Machen wir vielleicht ein Video zu. Was macht ihr gerne, wenn ihr gerade nicht spielt? Habt ihr auch noch andere Hobbys? Nein. Kanal und Brettspiele. Fertig. Also ich muss sagen, wenn die Frage ist nach anderen Hobbys, ja, da ist momentan irgendwie weniger. Aber wenn es heißt, was macht ihr ansonsten? Familie vor allem. Also das ist tatsächlich, Family Time ist irgendwie sehr kostbar. Und aktuell Marvel Snap spielen. Mal gucken, wie lange das anhält. Nennt mir ein paar eurer Lieblingsfilme. Christoph, das ist doch dein Metier, oder? Oh, nee. Filme? Das ist absolut Thomas. Boah, was fällt mir spontan ein? Als mein liebster Film aller Zeiten ist natürlich das Imperium schlägt zurück. Also ich, für mich sind die wichtigsten Filme in meinem Leben die klassischen Star Wars Teile. Andor finde ich noch ganz gut. Und dann gibt es ganz viele Schattenseiten. Was mir bei Filmen immer sofort einfällt, ist Gladiator. Das ist einer, den ich häufig gesehen habe. Und ein Film, der mich beeindruckt hat, weil ich nichts von ihm erwartet habe, war Whip Splash. Weißt du? Whip Splash? Whip Splash. Whip Splash. Whip Splash. Das, den fand ich, boah, krass. Also ganz ehrlich, wir könnten wirklich mal ein eigenes Video dazu machen, weil so eine Top 100 könnte ich dir gerne aufstellen. Ich versuche es kurz zu machen. Also Filme aus meiner Kindheit, Jugend, die ich einfach liebe, sind Zurück in die Zukunft. Auch Star Wars, vor allem auch Empire Strikes Back, Indiana Jones, Jurassic Park, Stand By Me. Ansonsten bin ich großer Fan von Denis Villeneuve. Da kann ich Arrival sehr empfehlen. Der hat mich am meisten beeindruckt. Von Christopher Nolan. Da muss ich sagen, sind The Prestige, also dieser Zauberfilm, und Interstellar, so meine Favoriten. Und ich gucke mir auch alles an von Quentin Tarantino, der mit dem Alter, finde ich, irgendwie immer reifer und noch ein besserer Filmemacher wird. Und ansonsten gäbe es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die den Rahmen wahrscheinlich jetzt echt sprengen. Aber lasst uns da mal echt wirklich ein eigenes Video zu machen, wenn euch das interessiert. Da hätte ich echt Bock drauf. Vielleicht bei Cinema Strikes Back, ja. Ja, das passt perfekt. Ich habe diese Frage dazu kopiert tatsächlich. Wie habt ihr Alper kennengelernt? Also Alper ist einer der Jungs und Mädels von Cinema Strikes Back, der jetzt auch bei uns im Kalender wieder mal zu Gast war. Und die Frage ist, gab es da eine Verbindung, Christoph? Wir wurden introduced. Und zwar ein Zuschauer unseres Kanal ist mit denen befreundet, oder auch mit ihm, und hat gesagt, hey, die Jungs und Mädels, oder damals noch Jungs, die zocken auch gerne Brettspiele. Hab quasi unseren Kanal denen empfohlen und schreib den nochmal. Vielleicht kommt da was zusammen. Da war jetzt aber gerade Corona gestartet. Also ich habe ihm geschrieben, er hat geantwortet, meinte, ja, gerade schlecht, aber lasst in Zukunft gerne was machen. Und ja, so sind wir einfach in E-Mail-Kontakt gekommen und dann, wie war das? Er war bei uns mal zu Gast, genau, und war jetzt im Kalender wieder da. Und zusammen spielen haben wir noch nicht geschafft. Warum war auch die Verbindung? Weil er, also die aus Köln kommen, ich aus Bonn, das sind 30 Minuten im Auto, 20 Minuten, also direkt um die Ecke. Ja, zu mir ist es leider nicht gekommen, aber wir haben letztens geschrieben, was man mal cooles machen könnte. Ja, da sind einige potenzielle Möglichkeiten irgendwie da. Also ganz ehrlich, mit Filmen beschäftige ich mich fast genauso gerne wie mit Brettspielen. Gerne demnächst mal mehr darüber. Und ein weiteres Nerd-Genre wird noch angeschnitten. Ganz kurze Frage, Videospiele? Fragezeichen. In Klammern aber noch, wenn ja, Topflop love. Schwierig. Boah. Also was fällt mir spontan ein? Erstmal, ich hab so Sevi professionell Battlefield 1942 gespielt. Da war ich grad Sevi, hatte Zeit. Bin ich voll drin versunken. War in so einem Clan. Haben so Europa Top 3 gespielt. Mega, mega, ja keine Ahnung, Zeitverschwendung ohne Ende, aber es war halt witzig, ne? Hab da immer am Flugzeug gesessen. Dann, viel Zeit in Diablo verbracht, in allen Teilen. Ich hab sehr, 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 sehr viel Zeit in Heroes of the Storm verbracht. Ich war so ein Blizzard-Fanboy. Was auch hängen geblieben ist, Transport Tycoon, noch das alte, mit Pixel-Grafik. Ich hab es geliebt, Netzwerke zu bauen. Und jetzt zuletzt, ähm, nicht-PC-Spiel, war Horizon Zero Dawn. Das ist eins der einzigen Open-World-Spiele, was ich wirklich durchgespielt habe. Also Zero Dawn, den ersten Teil. Ja. Weil Forbidden West kam ja dieses Jahr raus. Das hab ich dieses Jahr gespielt. Letztes Jahr schon hab ich verkauft, nachdem ich sie immer angemacht hab, hab Updates eingespielt, hab sie wieder ausgemacht. Das war ungefähr die Routine für ein Jahr lang, da hab ich gesagt, komm, raus damit. Also ich, ich bin ja Konsolenspieler irgendwie und mit Nintendo groß geworden und dann kam immer die Playstation. Ich liebe alles, was mit Zelda zu tun hat. Also natürlich Breath of the Wild und Link to the Past und Ocarina of Time sind so meine Lieblings-Zelda-Spieler. Ich hab's ja mal, glaub ich, fast alle gespielt. Und mein absolutes Lieblings-Videospiel, was ich jedes Jahr einmal komplett durchspiele, ist The Last of Us. Das hat mich tatsächlich auch einfach so krass berührt von der Geschichte her und es ist jedes Mal immer wieder. Also ich hab's, glaub ich, schon sieben Mal gespielt. Über den zweiten Teil sprechen wir jetzt nicht. Das ist wie Bruno. We don't talk about Bruno. Das hat mich tatsächlich nicht so abgeholt. Ja, und ansonsten so Sachen wie Uncharted und Horizon gefällt mir natürlich auch. Alles, was mit Abenteuer so zu tun hat. Auch diese neuen Tomb Raider-Spiele, gab's ja auch drei Remakes oder Fortsetzungen, hat mir auch sehr gut gefallen. Die nächste Frage ist nicht witzig. Super, das geht schnell. Eis im Becher oder in der Waffel? Es kommt doch vor allem, wie viele Bällchen. Bei zwei Bällchen nehme ich Waffel, mehr ist im Becher. Aber ich nehme meistens eher mehr Bällchen. Bei mir ist es immer im Becher. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag das irgendwie lieber im Becher. Ananas auf der Pizza? Auf keinen Fall. Nee, bei mir auch nicht. Geht gar nicht. Die Pizza geht zurück. Wo bekommt Thomas seine T-Shirts her? Die meisten sind online gekauft bei Redbubble und bei QWERTY. Das sind zwei so T-Shirt- und Merchandise-Online-Shops. Und ansonsten halt so auf Messen oder wenn ich irgendwo eins rumliegen sehe, was mir gefällt. In Zukunft, Projekt für nächstes Jahr, eigener Merchandise-Shop zurzeit. Ja, da halte ich auch voll Bock drauf. Das sollten wir unbedingt angehen. Habt ihr neben dem Brettspielregal daheim auch ein Brettspiel-T-Shirt-Hoodies-Regal? Mein Kleiderschrank, ja. Mein Kleiderschrank, ja. Da sind die drin. Das ist kein Regal. Aber die werden natürlich irgendwo auch aufbewahrt. Thomas, wo hast du die Merchandising-Artikel her? Dein Kelch ist klasse. Finde ich ehrlich gesagt auch. Das ist von Elbenwald. Mittlerweile hat Elbenwald einen Store in München aufgemacht. Und da darfst du echt nicht reingehen. Also immer wenn ich da reingehe, dann gehe ich irgendwie mit ganz, ganz viel Zeug wieder raus. Ich hatte letztens fast irgendwie das Upgrade geholt, nämlich den Triwizard Cup, also quasi den Feuerkelch. Und den hatte ich irgendwie schon gefühlt in der Hand und hab dann an der Kaste gefragt, was der kostet. Und dann haben sie mir den Preis genannt. Und ich hab gesagt, okay, den lassen wir schön da. Ich nehme den Ravenclaw-Becher weiterhin. Es geht weiter. Aus wie vielen außergewöhnlichen Trinkbechern besteht Thomas Sammlung? Und was kommt an Getränken da so rein während dem einen oder anderen Video? Da ist meistens Kaffee drin, tatsächlich, weil wir sehr spät reden. Und so viele verschiedene Cups habe ich doch ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde, den Vogel hat letztens der Dennis abgeschossen mit dieser riesengroßen Mana-Tee-Tasse oder Suppenschlüssel oder was das war, wo er zweihändig trinken musste. Also ich hätte sogar noch Bedarf an mehr, ehrlich gesagt. Und diese Frage finde ich auch absolut großartig. Zum Abschluss. Glückwunsch! Mich interessiert nur eine Sache. Gibt es dazu auch eine App-Umsetzung? Die Idee für eine Better Board Games App gibt es schon so lange, wie es den Kanal gibt, weil ich gerne mehrere Use Cases oder mehrere Ideen hätte, die ich umsetzen würde, weil es mir da auch zu wenige gute Apps gibt, die mir wirklich helfen, mein Board Game Hobby irgendwie zu verwalten. Gerade auch was Events und so weiter angeht, also Brettspiel, Dress, Wochenende, das Organisieren von Flohmärkten oder was zocken wir eigentlich und so weiter. Und da gibt es so viele coole Sachen, die man machen könnte. Ja, wenn uns da irgendjemand finanzieren möchte, um das auch umzusetzen, meldet euch bei mir. Und jetzt ist mir noch ganz wichtig, ich möchte gerne, das war jetzt echt lange, aber es gibt ja einige Hardcore-Fans und die würde ich gerade belohnen. Also wer es geschafft hat, bis hierhin durchzugucken, an denen würde ich gerne noch ein Spiel verlosen. Das machen wir jetzt ganz spontan, unangekündigt. Das heißt, Hashtag allesgesagt, einfach als Kommentar. Nach einer Woche werde ich das aus und es gibt was zu gewinnen. Pass auf, der Gewinner darf sich was aussuchen. Ich habe hier, keine Ahnung, zehn Spiele und du darfst dir von denen was aussuchen. So machen wir es. Nice. Ich fand es war eigentlich ganz kurz und knackig und ich glaube, es bleiben erstmal keine Fragen offen. Sonst müssen wir das halt nochmal machen, eine Fortsetzung dazu drehen. Cool. Dann danke euch für die, die durchgehalten haben. Wir haben jetzt kurz vor eins, ich glaube, ich gehe jetzt beinnen. Ja, ich auch. Gute Nacht und bis bald. Ciao. Ciao.